Also, wir legen los. Klimaschutzbedrohung in der Sackgasse. Und was meine liebe Frau vorhin gesagt hat, wir haben einfach diese Hater und Kommentare, die unterwegs sind. Ich finde es trotzdem noch mal relativ interessant, das noch mal mitzukriegen, weil das sind ja auch so die Zwickmühle, in denen die Politikern sind. Die kriegen jetzt erst mal Druck von Fridays for Future, genauso aber auch von der anderen Seite. Und wenn man auf der anderen Seite mal in das Wahlprogramm der AfD reinschaut, das ist jetzt erst mal das Bundestagswahlprogramm von der letzten Wahl, was ich mal rausgenommen habe, dann findet man sehr interessante Sachen, dass Spurengas, Kohlenstoffdioxid ist kein Schadstoff, sondern eine unverzichtbare Voraussetzung für alles Leben. Ja, kann man als Wissenschaftler sagen, so ganz falsch ist es nicht. Im Kontext soll es aber ausdrücken, CO2 ist kein Problem. Und da werde ich gleich noch mal darauf eingehen, was es soll. Und aus dieser Schlussfolgerung sagt die AfD, das Praiser Klimaschutzabkommen ist zu kündigen. Deutschland soll aus allen staatlichen privaten Klimaschutzorganisationen austreten und ihnen jegliche Unterstützung entziehen. Das ist, wie gesagt, auch eine Meinung in Deutschland, die immerhin ein Sechstel der Wahlbevölkerung in den Umfragen derzeit vertritt. Das müssen wir also hier erst mal erläutern und deswegen doch noch mal eine Auseinandersetzung, weil ich glaube, die oder der eine oder andere hier im Raum wird auch mit den Leuten diskutieren müssen. Also die Frage, ich habe da mal gehört und CO2 ist so wenig und das ist schwerer als Luft und geht nach unten. Und keine Ahnung, ganz viele Argumente. Ein paar will ich davon erst mal entleutern. Das heißt, die Frage, hat unsere Energieversorgung überhaupt noch ein Klimaproblem? Und dazu müssen wir erst mal ganz banal ausholen. Ich fange jetzt immer so auf 8. Klasse Schulniveau an, damit wir also auch dann alle erreichen. Und das Erste, was wir haben, ist, wir verbrennen Kohlenstoff. Öl, Kohle und Gas. Wenn wir das verbrennen, dann ist die chemische Reaktion. Kohlenstoff, zwei Atome Sauerstoff aus der Luft zusammen, macht CO2. Da sind wir wahrscheinlich mit der AfD noch vollkommen auf Linie. So, das Problem, was wir dabei haben, ist, diese Menge an Kohlenstoff, Dioxid, kommt jedes Jahr zusätzlich durch die Verbrennung von Erdöl, Erdgas und Kohle dazu. Das heißt, wir haben eine Menge im Kreislauf und wir akkumulieren das. Das heißt, wir pusten jedes Jahr 33, genau, da muss man schon lernen, welche Zahl das ist, nicht? Also, meinen Sohn mal angucken, der weiß das vielleicht. Billionen Kilogramm. Genau, also, hätten wir einstudieren müssen, aber das kriegen auch viele Erwachsene nicht hin. Also wirklich eine sehr große Zahl. Da kommt man ziemlich durcheinander mit Giga, Megatonnen und so weiter. Also, diese Menge kommt wirklich jedes Jahr dazu. Und das ist das Problem, dass sich das entsprechend in der Atmosphäre anreichert und auch das können wir zeigen. Was wir auf dieser Grafik sehen, sind Daten, Eisbohrkerne von der CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Die gehen hier 400.000 Jahre zurück. Wir können das so 600.000 bis 800.000 Jahre rekonstruieren. Wie macht man das? Wir haben in der Arktis ewiges Eis. Jedes Jahr gibt es eine neue Schicht, die oben drauf kommt. Und dann können wir wie bei Baumringen in die Tiefe bohren und dann Eis rausholen, was 10.000, 100.000 Jahre alt ist. Und in diesem Eis gibt es kleine Lufteinschlüsse. Und diese können wir dann analysieren und wissen, wie viel vor 100.000 Jahren an CO2 in der Luft war. Also, das geht, wie gesagt, etwa ein paar hunderttausend Jahre. Danach war die Erde schon mal irgendwann eisfrei, vor ein paar Millionen Jahren. Da können wir das natürlich nicht ganz so einfach mehr machen. Da sind die Abschätzungen ungenauer. Hier können wir das relativ gut sehen und wir sehen, dass wir Schwankungen haben. Es geht nach oben und unten und das kann man relativ gut zuordnen. Hatten wir wenig CO2, hatten wir eine Eiszeit, hatten wir viel CO2, gab es eine Warmzeit. Das ist der Verlauf bis Christi Geburt. Und was jetzt hier dazu kommt, das ist die Entwicklung der CO2-Konzentration von 1750 bis 2017, 18. Ja, das sind also hier die Werte. Wir sind mittlerweile schon bei über 410 ppm. Ich muss das jedes Jahr nach oben anbauen. Ich mache die Folie hier schon seit 10, 15 Jahren. Früher hat es noch gereicht. Also mittlerweile, irgendwann komme ich also auch mit dem Beamer-Bild nicht mehr hin. Das heißt aber, was wir sehen, diese emmermen Mengen, die wir freisetzen, die verschwinden nicht irgendwo. Das heißt, die bleiben in der Atmosphäre drin und reichern sich an. Das messen wir. Das können wir einfach nachweisen. Und da gibt es dann wieder die Leute, die sagen, ja, das ist wenig CO2. Ja, aber wenn wir das anschauen, es ist erstmal eine ganz katastrophale Veränderung. So, was macht dieses CO2? Auch da müssen wir jetzt in die Physik erstmal einsteigen. Das heißt, die Sonne lässt erstmal Licht auf die Erde, Strahlung, solare Strahlung auf die Erde treffen. Das ist erstmal gut so, sonst wäre es hier nämlich wirklich saukalt. Also minus 270 Grad irgendwie, das wäre sehr unangenehm. Also gut, dass wir die Sonne haben. Die Sonne erwärmt die Erde, das heißt also, und wir haben jetzt erstmal auftreffende Solarstrahlung. So, wenn wir die Solarstrahlung nicht mehr los, dann gilt einfach in den Strahlungsgesetzen, dann würden wir irgendwann die Temperatur der Sonnenoberfläche annehmen. So, das wäre dann auch wieder unangenehm. Insofern ist es sehr schön, dass die Erde jetzt einen Gleichgewichtszustand gehabt hat. Also wir haben sichtbares Licht, was reinkommt. Und wir sind in einem Gleichgewicht momentan. Die Erde strahlt die gleiche Energiemenge jetzt, die wieder reinkommt, wieder ins Weltall. Das ist notwendig, damit sich die Temperatur nicht mehr verändert. So, die Energie, die reinkommt, ist sichtbar. Wesentlich ein sichtbares Licht, bisschen Infrarot, aber sehr viel sichtbares Licht. Das, was rausgeht, ist Infrarotstrahlung. Und da kommt jetzt das CO2 ins Spiel. Das hat eine relativ interessante physikalische Eigenschaft. Das kann man jedem Physiklabor nachweisen. Das heißt, es lächst dieses Sonnenlicht relativ gut durch. Ein paar Teile werden auch rausgefiltert. Aber das kommt auch einigermaßen gut durch. Und es gibt im Infrarotbereich Teile, die halt nicht mehr durchkommen. Und wenn wir jetzt das CO2 anreichern, dann kommt weiterhin das sichtbare Licht ganz gut rauf. Aber wir kriegen nicht mehr die ganze Infrarotstrahlung ins All los. Das heißt, das wird zusätzlich absorbiert und zur Erde zurückgestrahlt. Die Mengen sind nicht klein, aber die sind ausreichend, um dieses Gleichgewicht zu zerstören und zu verändern. Das können wir uns anschauen. Das Problem, was wir nämlich hier auch erstmal haben, wir haben verschiedene Gruppen. Industrie, Nutzung fossiler Energieträger, Landwirtschaft, Waldzerstörung sind verschiedene Gase. Also wenn man, da kann man noch längere Vorträge halten. Das Wichtigste aber mit Abstand, ja über 70 Prozent des weltweiten Treibhauseffekts kommt vom Kohlendioxid. Die anderen Gase spielen auch noch eine Rolle. Und jetzt haben wir einfach diese Effekte, dass CO2 und die anderen Gase sorgen dafür, dass die Wärmestrahlung nicht mehr ungehindert ins Ältal zurückkommt. Einfach relativ einfach. Wir nennen das Treibhauseffekt. Ich muss mit ganz vielen Leuten im Internet, da ist aber gar kein Treibhaus, da ist kein Deckel da, nein. Aber das sind einfach physikalische Eigenschaften, die man hier relativ einfach darstellen will. Und in der Wissenschaft versuchen wir es immer so, dass die Leute auch damit was anfangen können. Wenn ich jetzt irgendwie mit Absorptionsspektren von CO2 anfange, ist das schwierig. Wenn wir sagen, es ist wie im Treibhaus, dann versteht das jeder. So, das ist also hier das Problem. Wenn wir uns die Temperaturen anschauen, dann sehen wir auch, dass dieses Anreichern von diesem CO2 einen enormen Effekt hat. Hier haben wir nochmal die letzten 20.000 Jahre Klimageschichte dargestellt. Also wir haben hier 20.000 vor Christus auf der linken Seite, dann 0 Christi Geburt. Und das ist erstmal der Temperaturanstieg bis 1900. Das heißt also, wir haben einen sehr schönen Anstieg insgesamt seit der Eiszeit erlebt, bis etwa zum Jahr 10.000 vor Christus. Dann hat es sich sehr stark stabilisiert. Das heißt, wir haben also dann relativ stabile Bedingungen. Mit dem Meeresspiegel, auch interessant ist, mit der Temperatur ist der Meeresspiegel angestiegen. Und zwar um 120 Meter. Das heißt, kann man sich gar nicht vorstellen, dass wir solche radikalen Veränderungen hier auf der Erde gesehen haben. Hat jemand eine Idee, wie Berlin vor 20.000 Jahren ausgesehen hat? Stellen Sie sich das mal vor. Auch eine interessante Sache. Genau. Da kommt für meinen Studenten oftmals so Sumpf oder Urwald oder so. Nee, Eiszeit. Eiszeit, 200 Meter Eis über Berlin. Vor 20.000 Jahren wäre niemand auf die Idee gekommen, hier überhaupt eine Stadt zu gründen. Das war ein komplett toter Punkt auf der Erde, wo man nie hätte überleben können gescheit. Das heißt also, die Erde kann sich radikal verändern. Und wir haben etwa seit 7.000, 8.000 vor Christus sehr stabile Bedingungen. Die Temperatur hat relativ wenig geschwankt. Und nun kommt der Effekt dazu, den wir jetzt messen. Das heißt also, seit 1900 schnellt die Temperatur nach oben. Und wir sind jetzt bei etwa einem Grad plus 2018 durch diese Anreicherung im Wesentlichen dieser Treibhausgase. Auch das können Sie halt sehr schön nachweisen. Und wenn wir das Ganze uns jetzt anschauen, dann sehen wir die Dramatik des Treibhauseffekts. Und deswegen finde ich diese Grafik eigentlich sehr wichtig. Also draußen ist es heute relativ unangenehm, es sind 30 Grad. Wir hatten auch schon mal 33 Grad die letzten Tage, es ist alles immer warm und schwül. Das heißt also, wenn wir sagen, das ist ein 3 Grad Unterschied, würde man sagen, okay, was soll denn da? 3 Grad ist keine große Sache, das ist das Wetter. Das heißt, wenn wir 3 Grad plus oder minus beim Wetter haben, brauchen Sie in der Regel immer die gleiche Jacke. Wenn wir 3 Grad plus weltweit im weltweiten Durchschnitt haben, das ist der Klima. Das heißt also, wenn wir 3 Grad plus im weltweiten Durchschnitt haben, dann haben wir hier eine Klimaveränderung. Und bei 3 Grad plus 3,5 ist schon so der Unterschied von der Eiszeit bis zu einer Warmzeit. Das ist also hier eine radikale Veränderung. Und jetzt sehen wir, wir haben 1 Grad on the top obendrauf. Das ist, wenn man das mal übersetzt, fast eine Drittel Eiszeit als Temperaturveränderung nochmal auf die Warmzeit obendrauf. Und wir haben das in einem Tempo, 1 Grad plus haben wir ja auch schon gesehen, nur dafür haben wir früher immer 2.000, 3.000 Jahre gebraucht. Wir haben das in 100 Jahren geschafft. Das heißt, wir sehen, dass wir eine radikale Klimaveränderung haben, die in dieser Art und Weise atemberaubendes Tempo hat. Und das muss man den Leuten erstmal klar machen. Man sagt, naja, das eine Grad und das ist ja alles nicht so schlimm. Das heißt also, wenn wir das entsprechend einordnen, dann ist das wirklich schon ein radikaler Effekt. Wenn wir ganz genau hinschauen, dann können wir auch schon die Effekte sehen. Das heißt, wir sehen die eigentlich schon seit 10, 20 Jahren. Der Dürresommer letztes Jahr hat es erstmal uns hier auch wirklich, glaube ich, jedem dann plastisch gemacht. Wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man das in der Arktis. Wir haben hier eine Aufnahme von 1979. Das heißt, hier der Polareisbereich. Hier sehen wir Grönland. Ganz unten ist dann Kanada. Weiter oben dann Russland. Und das ist die gleiche Aufnahme 2012. Das heißt also, wenn wir sagen, naja, das eine Grad ist nicht so besonders schlimm. Wir sehen, dass wir hier radikale Veränderungen mittlerweile auf der Erde eingeläutet haben. Also es geht nicht darum, da kommt ein Klimawandel. Der Klimawandel findet schon statt und verändert diese Erde in einer dramatischen Art und Weise. Das heißt, wir gehen davon aus, dass der Nordpol etwa Mitte des Jahrhunderts so oder so vermutlich im Sommer, Juli, August eisfrei werden wird. Das ist erstmal noch nicht so dramatisch. Das hat lokale Ursachen oder lokale Bedingungen zur Folge. Das heißt, vor allen Dingen die Ureinwohner, die haben natürlich hier sehr große Probleme. Wir kriegen davon noch gar nicht so viel mit. Weil es geht hier erstmal um das schwimmende Eis. Das heißt also, schwimmendes Eis zu Hause mal ausprobieren. Ein Glas Wasser oder ein leckeres Getränk, Eiswürfel rein. Und mal gucken, was passiert, wenn das Eis taut. Der Meeresspiegel im Glas wird konstant bleiben, weil es schwimmendes Eis ist. Problematisch wird es, wenn man jetzt zusätzliche Eiswürfel in dieses Glas reinschmeißt. Das heißt, dann haben wir eine Sauerei irgendwann. Auf dem Tisch kann man es aufmachen. Auf der Erde wird es ein bisschen ärgerlicher. Die Sauerei kommt, wenn das Festlandeis dazu kommt. Und hier auf Grönland, was wir hier im Bild sehen, haben wir enorme Eismengen. Eismengen, die in der Lage sind, die Meeresspiegel, wenn wir Grönland komplett abtauen, um sieben Meter ansteigen zu lassen. Das ist schon mal eine ganz große Herausforderung, die dann irgendwann zu bewältigen gibt. Und gibt es immer noch auch Leute, im Internet findet man, Grönland war doch schon mal eisfrei. Also hätten wir mitbekommen, sieben Meter plus im Mittelalter, Grönland eisfrei. Einfach mal googeln, man findet sehr viele interessante Sachen im Internet. Was wäre passiert, sieben Meter plus, also genau, Venedig, Mittelalter, wäre ein bisschen schwierig gewesen, diese Stadt aufzubauen. Also das heißt, wenn man alleine ein bisschen logisch überlegt, kann man viele dieser Argumente widerlegen. Ja, Grönland selber heißt Grönland, Grönland, weil hier auch heute sieht man, die Küsten halt grün sind. Also das heißt, das ist auch hier schon zu sehen. Das war auch schon immer so. Also das ist erst mal nicht so das Problem. Aber wenn Grönland abtaubt, sieben Meter plus. Wir haben die Antarktis noch dazu auf der Südhalbkugel. Die fängt jetzt leider auch schon an zu tauen. Das heißt, da ist nochmal ein Potenzial für 60 Meter plus. Berlin liegt auf 30. Ich kann Ihnen aber versichern, keine Sorge, das dauert mit dem Tauen. Also wir haben das auch gesehen. Also das heißt, hier werden wir nicht mehr eine Unterwasserstadt erleben. Also selbst die Klimaberichte sind sich nicht ganz einig, wie schnell der Meeresspiegelanstieg kommt. Aber die Worst-Case-Bedingungen gehen von zwei, zweieinhalb Meter Ende des Jahrhunderts aus. Aber dann taut es weiter. Das heißt, also jedes Jahrhundert entsprechend. Wenn wir dann, oder mal andersrum ausgedrückt hätten, die Römer schon das Erdöl und Erdgas entdeckt, dann wäre die Frage, ob wir heute in Berlin sitzen würden. Also das ist einfach menschheitshistorisch durchaus eine Veränderung. Ja, das ist also das, was wir hier sehen. Wir haben noch weitere Effekte. Das heißt, wir nehmen eine Zunahme von Extremwetterereignissen dar. Auch das ist Physik. Wenn Luft wärmer ist, nimmt sie einfach mehr Feuchtigkeit auf. Jedes Grad Celsius macht ungefähr 7% mehr Feuchtigkeit. Und dann, wenn es irgendwo ein Starkregenereignis in Staulagen gibt, kommt halt einfach diese zusätzliche Regenmenge zusätzlich runter. Und das sind gigantische Mengen, die wir haben können. Bei dieser Aufnahme, die hat mich dann selber erstaunt. Das ist vor knapp zwei Jahren gewesen in Houston in Texas. Gar nicht vorstellbar, dass es solche Regenmengen geben kann. 1200 Liter Regen pro Quadratmeter in drei Tagen. Es gibt immer Leute, die sagen, naja, Klimawandel, da kann man sich ja anpassen. Da ist nicht die Frage, ob sie sich anpassen. Da ist dann die Frage, reiße ich das weg oder baue ich es wieder auf? Und das ist die Frage, die wir uns früher oder später machen. Im reichen Amerika sicherlich noch nicht so das Problem. Wobei, es waren auch gut 60, 70 Milliarden Euro Schäden, alleine in drei Tagen. Also so ein Klimawandel kann auch enorme Schäden verursachen. Und wir diskutieren darüber, naja, können wir es uns leisten, den Klimawandel zu verhindern? Ein bisschen schizophren, wenn man sich überlegt, was es auslösen kann. Auch in Deutschland ist der Klimawandel angekommen. Wir haben ja einige Schlagzeilen. Die Bundesländer melden Verluste in Milliardenhöhe. In acht Bundesländern gab es Dürreschäden von fast drei Milliarden Euro. Weiß nicht, wenn man der Bundesregierung so zuhört, dann sagt man immer, naja, wir können ja keinen schnellen Klimaschutz machen. Das wird die deutsche Wirtschaft dann treffen. Gut, Waldschäden letztes Jahr 5,4 Milliarden Euro. Es wird ja die deutsche Wirtschaft treffen. Wassermangel im Rhein. BASF muss Milliardenanlage stilllegen. Das fand ich relativ interessant. Ich konnte mir das Schmunzeln nicht vergreifen. Also man muss sagen, BASF hat letztes Jahr im Sommer keine Rohstoffe mehr ausreichender Menge in den Rhein hochschippern können und mussten wirklich dann eine Anlage stilllegen. Es gab eine Gewinnwarnung im, glaube ich, dritten Quartal. Und BASF hat letztes Jahr 250 Millionen Euro Verlust geschrieben durch den Klimawandel. Das heißt, es wird ja mal gesagt, der Klimaschutz, wenn wir ihn so ambitioniert machen, schadet der deutschen Wirtschaft. Der Klimawandel mittlerweile auch. Und die Frage ist, wann schadet der Klimawandel der deutschen Wirtschaft stärker, als wenn wir die Energiewende hier vorantreiben und das Klima schützen können. Das wird sich irgendwann umdrehen und kippen. Und dann werden alle sagen, oh, warum haben wir nicht früher angefangen? Ja, das heißt, wenn wir ganz genau hingucken. Und nicht die Augen verschließen, wie es einige offensichtlich sehr, sehr gerne machen. Es ist ja sehr bequem, wenn man einem sagt, der Klimawandel ist nicht da. Es ist sehr bequem, weil man braucht nichts verändern. Veränderungen sind immer unbequem, auf irgendeine Art und Weise. Und deswegen ist es die bequemste Art und Weise, dass man alles wegleugnet und wegnegiert. Aber der Klimawandel ist da. Und was wir jetzt mal machen müssen, Blick in die Kristallkugel reinwerfen. Das heißt, Blick in die Kristallkugel, wie entwickelt sich, das war alles ja eine Vergangenheit, wie entwickelt sich das in den nächsten 100 Jahren vielleicht? Blick in die Kristallkugel machen wir auch in der Wissenschaft. Das heißt, es gibt hier sehr tolle Klimaforscher in Deutschland. Wir haben auch super Modelle. Wir können also mittlerweile das Klima in relativ großen Modellen abmachen. Die Modelle sind sehr leistungsfähig. Das heißt, sie bilden die Erde in ganz vielen kleinen Waben und Gitterpunkten ab. Sie haben da Millionen von Gitterpunkten und dann müssen Sie für jeden Zeitschritt viele ganz tausende von Differenzialgleichungen rechnen, Millionen. Das heißt also, um das hinzukriegen, haben Sie die leistungsfähigsten Rechner in Deutschland, stehen irgendwie beim Klimarechenzentrum. Dann gibt es immer die Leute, die dann sagen, das glaube ich alles nicht. Die Modelle taugen nichts, ich habe das mal nachgerechnet. Das stimmt nicht. Ich meine, ich bin Elektrotechniker, ich bin Energietechniker, aber da muss ich einfach sagen, also da traue ich einfach diesen Kollegen ganz klar mir zu, als irgendwelche Leute, die im Internet der Meinung sind, dass sie es aus irgendwelchen Gründen besser wissen. Die Modelle sind mittlerweile relativ gut und brauchbar. Man versucht ja erstmal die letzten 100 Jahre abzubilden und wenn das gut funktioniert hat, lässt man die Modelle dann in die Zukunft laufen und das funktioniert, wie gesagt, relativ gut. Man kann aber bei diesen Modellen natürlich nur sagen, was wäre wenn? Was passiert, wenn wir jetzt gar kein CO2 mehr emittieren oder was passiert, wenn wir weiter Business as usual machen? Und da habe ich jetzt mal den Worst-Case-Fall rausgegriffen aus diesen Studien. Das heißt also, was passiert, wenn wir wirklich jedes Jahr, wie die letzten 100 Jahre, jedes Jahr zunehmend 3, 4, 5 Prozent mehr Öl, Kohle und Gas verfeuern? Dann werden wir, brauche ich mehr Platz, Ende des Jahrhunderts auf etwa 4 bis 5 Grad plus hinauslaufen. Ich glaube, auch da braucht man jetzt kein Klimaforscher zu sein, um zu verstehen, dass diese Veränderung nicht so gut ist für die Erde. Also 200 Meter Eis, Mammut, Säbelzahnzieger, 3,5 Grad plus, ganz andere Welt, wir leben in Berlin, wo keiner vorher gelebt habe und nun machen wir in 100 Jahren 5 Grad plus. Die Veränderung werden radikal sein, da gehen wir erstmal noch drauf ein. Das heißt also, da passiert etwas momentan, was uns irgendwann früher oder später komplett aus der Kontrolle geht. Und das heißt, nun hatten wir das auch schon, Sie finden auch Berichte aus den 90er Jahren, da steht das auch schon drin. Das hat keiner wahrgenommen. Da stand dann drin, naja, 2100, so, jetzt müssen wir einfach reden, also 90er Jahre. Gucken Sie sich an Frau Merkel, Lebenserwartung bis 2100, biologisches Wunder. Nicht Donald Trump, der kann froh sein, dass er die nächsten 10 Jahre schafft. Also, die haben überhaupt gar kein Interesse, irgendwie an 2100 zu denken. Und nun haben wir zum ersten Mal eine Generation, wo ich sehr einen Hut abhabe, mein Greta Thunberg hat offensichtlich die Klimaberichte gelesen und hat sich das angeschaut und hat nachgerechnet und hat gesagt, ups, da lebe ich ja vielleicht noch. Und jetzt haben wir zum ersten Mal beim Klimawandel so eine Art Generationenkonflikt. Das ist meine Generation, wo man sagt, 2100, nö, wird nix. So, also, ist gar nicht so schlimm. Genau, nach mir. Ich habe zwar Kinder, aber genau, die kriegen das schon irgendwie hin. So, also, das ist unsere Generation. Und dann gibt es die neue Generation, die sagt, nee, ist blöd. Also, das trifft mich im Alter voll und deswegen möchten wir da irgendwas ändern. Und diesen Konflikt werden wir zunehmend austragen müssen, weil wir einfach halt das Jahr 2100 hier dabei haben. Und die junge Generation hat es mittlerweile auch verstanden. Und zwar relativ vehement. Und ich werde auch gleich nochmal darauf eingehen, was man alles tun muss und was auch alles versäumt wurde. Insofern kann ich nur sagen, es ist vollkommen berechtigt. Also, wenn ich jetzt hier irgendwie U20 wäre, also wo dann 200, 2100 noch klappen könnte, dann würde ich da also auch stehen und kampieren. Bin auch so öfter mal dabei, aber das liegt am Verantwortungsbewusstsein nicht für mich, sondern für die nächste Generation, was ja auch vielleicht ein Wesenszug ist, den man an den Tag legen kann. Gut. Was wird passieren? Früher oder später steigen die Meeresspiegel. Also, das heißt, wann und wie schnell, da sind sich die Klimaforscher noch nicht ganz. Hängt ja auch davon ab, wie schnell wir das mit dem Klimawandel machen. Aber ein bis zwei Meter Ende des Jahrhunderts sind durchaus drin. Ja, wir hatten hier, das ist eine Bildaufnahme von New York. Wir hatten hier einen Hurricane auch schon mal, der eine große Flutwelle über die Stadt geschwärbt hat. Das ist jetzt mittlerweile auch acht oder zehn Jahre her. Und ja, so sieht New York aus mit 3,50 Meter plus. Also, das ist relativ interessant. Früher oder später haben wir einfach gar keine Chance mehr, die Küstenstädte zu halten und müssen sie aufgeben. Das ist erstmal die erste Konsequenz. Das wird noch nicht in den nächsten fünf oder zehn Jahren passieren, aber es passiert schleichend. Und dann haben wir wirklich sehr, sehr große Mengen. Ein Drittel der Menschheit wohnt küstennah. Dass man sich das mal langfristig überlegt, was das bedeutet. Die nächsten Punkte, den wir haben, der Klimawandel bedroht die Wasserversorgung. Das heißt, wir haben auch Gebiete, wo mittlerweile Veränderung der Niederschlagszeile. Es regnet auf der Erde nicht weniger, im Gegenteil. Also, das heißt, der gleiche Energieumsatz in der Atmosphäre, es regnet nur woanders. Haben wir ja gesehen. Wenn da 1200 Liter irgendwo in Houston runterkommen, gibt es natürlich eine andere Stelle, wo diese Menge halt nicht mehr runterkommen kann, weil diese große Menge sich da schon abgeregnet hat. Und das sieht dann so aus. Das heißt, das sind jetzt hier Situationen. Wir hatten das hier in Brandenburg letztes Jahr. Das wird auch hier sehr prädestiniert dafür, dass es hier weiter trockener wird, noch zunehmend. Hier in Kalifornien kann man das schon mal üben. Also, die hatten vier Dürresäume hintereinander. Da kommt dann auch wirklich kein Trinkwasser mehr aus der Leitung. Im reichen Amerika löst man das Problem aber, indem man halt einfach irgendeinen Tanklaster vorbeischickt mit Trinkwasser. Und das heißt, das ist erstmal lösbar. Es gibt aber Regionen auf der Erde, wo sie keinen Tanklaster bekommen. Das heißt, dann sind sie da und das Wasser bleibt weg. Was machen sie? Sie gehen zum Wasser hin. Das ist die nächste Situation. Das heißt also, wir haben steigende Meeresspiegel an den Küsten. Wir haben veränderte Niederschlagssituationen, die dafür sorgt, dass wir erstmal hier einen Effekt haben, dass wir Trinkwasserversorgung haben. Wenn die Trinkwasserversorgung knapp wird, wird auch die Nahrungsmittelversorgung ein Problem. Fand ich relativ spannend. Ich hatte das auch noch gar nicht so auf dem Schirm. Hat mich mein Nachbar letztes Jahr eigentlich schon mal draufgebracht. Also ich bin ja gebürtiger Wessi, wohne aber jetzt hier in Ost-Berlin, also ein Wahl-Ossi und wohne hier auch total gerne, weil wir einfach die Leute total nett sind. Total nette Nachbarn. Mit dem hat mich dann angesprochen letztes Jahr. Wir reden öfter mal auch über solche Themen, Klimawandel und am Zaun. Und dann habe ich gesagt, du Volker, das mit dem Klimawandel wäre zu DDR-Zeiten ein Problem gewesen. Ich sage, hä, was meinst du denn jetzt? Wieso denn das? Naja, ich habe gerade gelesen, 30% Ernterückgang in der Landwirtschaft. Das hätten wir im real existierenden Sozialismus nicht ausgleichen können. Nächstes Jahr wäre das Brot knapp geworden. Da muss ich erstmal drüber nachdenken. Als Wessi hat man sowas ja nicht auf dem Schirm. Was passiert momentan? Wir haben wirklich 30% Ernterückgang. Brot ist immer noch da, weil wir kaufen es gerade jemand anders weg. Also das ist die Situation. Wir haben dieses Jahr weniger Getreide geerntet weltweit, als wir essen. Wir decken das aus den Nahrungsmittelrückständen, Stellung. Also wir haben Lagerbestände. Das ist nicht ein Problem momentan. Nur was wäre, wenn wir dann 3, 4, 5 Mal hintereinander weniger erben? Das wird in den nächsten 5 Jahren sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Mitte des Jahrhunderts vielleicht schon. Und dann ist die Frage nicht mehr, ja, also wem kaufe ich es weg? Sondern die Frage wird dann sich irgendwann zu stellen sein, wenn es nicht mehr für alle reicht, wer hat die stärkeren Waffen? Und das sind Sachen, die ich mir für meine Kinderwähl nicht mehr vorstellen möchte. Da sind die Sprengkräfte für den Klimawandel, wenn man das anfängt zu Ende zu denken, was dann passiert. Das heißt, der Klimawandel bedroht die Nahrungsmittelversorgung. Wir werden als Letzte hier davon mitkriegen. Wir haben ganz gute Bedingungen in Europa, nur dort nicht. Das heißt also, die Frage ist immer, genau, wie viele Leute wollen wir im Mittelmeer säufen oder müssen wir irgendwann Maschinengewehre an den Küsten aufstellen, um die Leute davon abzuhalten, dorthin zu gehen, wo es noch Essen und Trinken gibt. Das wird nicht die nächsten 5 Jahre passieren. Aber 2100, in dem Bereich, wo unsere Kinder noch leben, durchaus denkbar. Was mich dann als auch Klimaforscher oder Wissenschaftler dann auch immer wieder schockt, sind Veröffentlichungen von Kollegen. Hier ist eine Veröffentlichung von 2017, zwei Jahre alt. Und hier hat eine Kollegin mal durchgerechnet, was passiert mit den Temperaturen. Und zwar, wo kriegen wir kritische Bereiche? Der Mensch ist sehr, sehr clever aufgebaut von der Biologie, immer faszinierend. Also Sie können nach unten relativ gute Temperaturen ab. Minus 30 Grad, überhaupt kein Thema. Wir brauchen so eine gescheite Jacke. Also das heißt, es ist eine Frage der Kleidung. Irgendwann, so bei minus 80 oder so, wird es auch dann irgendwann, da hört es dann auf. Aber das heißt, wir können nach unten schon relativ viele Temperaturen abpuffern. Nach oben ist der Mensch auch schon relativ clever. Also Sie können, Sauna weiß man ja, 60 Grad, das geht irgendwie eine gewisse Zeit. Sie können auch 50 Grad permanent überleben in der Wüste. Sie brauchen nur ausreichend Wasser. Also Wasser heißt, Sie schütten das nach, der Körper verdunstet es. Und durch das Verdunsten entsteht hier ein Kühleffekt. Und damit können Sie dann auch bei sehr hohen Temperaturen überleben. Allerdings brauchen wir die Physik, die müssen wir dabei berücksichtigen. Die Physik bedeutet, wir müssen in der Lage sein, es überhaupt zu verdunsten. Verdunsten heißt, wenn wir sehr hohe Luftfeuchtigkeit haben, kriegt der Körper das nicht verdunstet. Das heißt also, sehr kritische Temperaturen sind gar nicht 60 Grad und vollkommene Trockenheit in der Wüste. Kritisch ist 37 Grad und 100 Prozent Luftfeuchtigkeit. Das ist am Anfang unangenehm. Nach einer Stunde sehr unangenehm. Nach zwei Stunden steigt Ihnen die Körpertemperatur an. Und dann kommen Sie in kritische Temperaturbereiche, 40, 41, 42 Grad. Und das wird dann irgendwann nicht mehr gesund. Wir reden dann von potenziell tödlichen Hitzetagen, wenn Sie diese Kombinationen haben. Und die Kollegen haben mal ausgerechnet, wenn wir jetzt diesen Worst-Case-Fall wirklich fahren, also 4 bis 5 Grad plus, wann kriegen wir wo, wie viele potenziell tödliche Hitzetage. Und dann haben wir hier Situationen, wo wir in Brasilien zum Beispiel, da haben wir die hohen Luftfeuchtigkeiten, bis zu 365 potenziell tödliche Hitzetage kriegen. Das heißt, Sie werden dort tagsüber am besten den Keller verbringen, weil es nicht klug ist, dann auf die Straße zu gehen. Und das sind so Situationen, die man sich einfach nicht mehr vorstellen möchte, wo man einfach sagt, es ist nicht so schlimm. Also für die Erde, die Erde wird nicht untergehen. Manche sagen, ja, die wird verglühen. Nein, wird sie nicht. Die können dann in Sibirien irgendwann Getreide anbauen. Nur die Frage ist, wie bringen wir die ganzen Brasilianer nach Sibirien? Oder das sind Fragen, die wir dann beantworten müssen. Und die sind auf einem dicht besiedelten Planeten einfach höchst komplex. Die Menschheit gibt es ja schon seit 200.000 Jahren. Wir hatten diese Klimaveränderung. Bislang hat die Menschheit die Klimaveränderung immer dadurch kompensiert, dass sie weitergezogen ist in einem Gebiet, wo man noch gut leben kann. So, nun fangen Sie mal an, hier zu schauen. Genau, also wie viele Menschen wir hier betreffen. Eine Milliarde. Und dann fangen Sie mal an, denen zu sagen, sie sollen weiterziehen. Und das sind die Sachen, wo wir uns wirklich Sorgen machen. Das heißt also, das größte Problem wird gar nicht der Temperatursteigerung oder sonst irgendwas sein. Das größte Problem werden wirklich früher oder später die Flüchtlingszahlen sein, auf einem dicht besiedelten Planeten, wo sich die Leute nicht alle mögen. Und wir haben jetzt schon sehr viele Klimaflüchtlinge. 2017, aktueller Report von einer Flüchtlingsbeobachtungsorganisation, 18 Millionen Klimaflüchtlinge. Mehr als Kriegsflüchtlinge. Ich habe mir gedacht, wo kommen die denn alle her, als ich zum ersten Mal diesen Bericht gesehen habe? Für mich ist der Flüchtling jemand, der aus Syrien kommt und irgendwie gerade sein Haus verloren hat. Wenn man in den Bericht reinguckt, dann sieht man, ein Klimaflüchtling ist in dem Fall definiert als jemand, der seine Heimat verloren oder sein Haus und dann Lebensraum verloren hat, weil ein großer Sturm, eine Überschwemmung, ein Hochwasserereignis das vernichtet hat. Dann fangen Sie natürlich an, weiterzuziehen. Und wo finden diese Ereignisse momentan statt? Vor allen Dingen in Asien und in der Karibik. Also zum Beispiel Houston, Texas. Das Bild, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe. 400.000 Leute obdachlos in Houston. Das heißt also, 400.000 Klimaflüchtlinge, Binnenflüchtlinge in den USA. Die mussten umziehen, aber das sind auch welche, die in diese Statistik reinkommen. Das heißt, momentan finden diese Fluchtbewegungen klimatisch bedingt in sehr, sehr räumlichem nahem Umfeld statt und nicht in Europa. Das ist auch eine Frage der Zeit, bis es dann auch zu uns schwappt. Und dann muss man sich einfach überlegen, wer dauerhaft die Flüchtlingskrise in den Griff bekommen will, muss das Klima schützen und darf keine Mauern bauen. Okay, und zwar auf 1,5 Grad. Das heißt, es ist ja noch nicht Gott gegeben, dass wir in diese Zustände reingehen. Also irgendwie, Sie müssen jetzt nicht gleich Strich nie nehmen oder sich aufhängen oder sowas. Nein, wir haben noch eine Chance. Das heißt also, das, was wir jetzt, was ich skizziert habe, war so der Blick in den Abgrund. So, das ist passiert, wenn wir 3, 4, 5 Grad plus haben. Die Klimaforschung sagt allerdings, wir haben noch eine Chance. Wir können die Temperatur auf 1,5 Grad begrenzen. Wenn wir mal auf 1,5 Grad bleiben, dann wird das nicht so grammatisch. Dann werden die Meeresspiegel nicht um 2 Meter ansteigen. Dann werden wir nicht diese großen natürlichen Hitzetage, zumindest mal in diesen Dimensionen, haben. Wir werden auch die Wasser- und Nahrungsmittelversorgung nur in kleineren Regionen verändern. Das heißt, dann wird alles vielleicht nicht gut, aber erträglich bleiben. Und deswegen sollten wir gucken, dass wir möglichst bei 1,5 Grad Celsius bleiben. Und nun haben wir die Frage, kann das die Politik? Und immerhin 2015 gab es zum ersten Mal ein internationales Abkommen. Muss man sagen, schon eine gute Leistung. Wir haben immerhin 23 Jahre dafür verhandelt. Seit 92, genau. Also zum ersten Mal ein Abkommen, das wirklich was sagt. Und es ist sehr aussagekräftig. Alle Staaten der Welt haben das mittlerweile unterschrieben. Auch Donald Trump, da wird ja keiner wieder raus, aber er hat vier Jahre Kündigungsfrist. Haben die damals schon gut gemacht. So, also Begrenzung der globalen Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius, möglichst 1,5. Ja, die Politik hat entschieden, wir machen das, was die Klimaforscher, die Wissenschaftler sagen, was eigentlich für diesen Planeten noch vertretbar ist. Und ganz wichtig ist, dass alle Länder ihre eigenen Maßnahmen übernehmen. Ich höre immer, oh, Deutschland ist ja so klein und das ist ja vollkommen egal, ob wir das Klima schützen oder nicht. Auf die Spitze getrieben hat es der brandenburgische Energieminister. Mit dem hatte ich vor zwei Jahren eine Diskussion. Er hat gesagt, ja, Herr Quaschning, das ist so. Die Braunkohlekraftwerke in der Lausitz sind durchaus ein Problem. Aber nun stellen Sie sich mal vor, die ganze Welt macht gar kein CO2 mehr. Und ganz zum Schluss laufen nur noch die Braunkohlekraftwerke in der Lausitz. Dann kommt da so wenig CO2 heraus, dass sie damit das Weltklima nur noch unwesentlichen verändern können. Als Wissenschaftler kann ich sagen, ja, er hat recht. Aber bitteschön, lieber Energieminister, der ist jetzt nicht mehr im Amt, aber gut, wer weiß warum. Gehen Sie dann zum Herrn Trump und erklären ihm, dass er sämtliche Kohlekraftwerke abzuschalten hat, damit sie am Schluss die in der Lausitz noch laufen dürfen. Ja, also das wird natürlich nicht funktionieren. Klimaschutz funktioniert nur, wenn jeder seinen Beitrag leistet. Und dieses hintereinander verstecken, da muss aufhören. Und das ist auch Geist dieses Abkommens. Insofern durchaus sehr schön. Es gibt keine Sanktionen, keine Strafzahlungen. Das ist der Nachteil. Das heißt also, wenn man das Ziel verfehlt, kriegt man nur einen blauen Brief von der UN. Und deswegen ist es wichtig, dass der Druck von der Bevölkerung mittlerweile größer wird, das zu machen. Und nun sage ich Ihnen mal, was wir machen müssen. Das CO2-Budget für dieses 1,5-Grad-Ziel. Das heißt also, wie groß ist das Budget, was wir entsprechend haben, um 1,5 Grad zu erreichen? Also die Menge an CO2 bestimmt ja, wie warm es wird. Und wir können nach der Klimaforschung sagen, wir dürfen ungefähr 2.800 Gigatonnen, das sind Milliarden Tonnen, also an Kohlendioxid, in die Atmosphäre pusten. Ob das stimmt oder nicht, Versuch läuft. Aber das Problem, was wir jetzt sehen, ist, dass wir die rote Menge, 2.250 Gigatonnen, mittlerweile in der Atmosphäre haben. Das heißt, was wir noch in die Atmosphäre entlassen können, sind ungefähr 550 Gigatonnen. Das heißt also, wir haben hier eine relativ kleine Menge. Und wenn wir ausrechnen und jetzt sofort weltweit mit den CO2-Emissionen rückgehen, dann müssten wir 2040 bei Null sein. Das ist das, wenn wir also die Herausforderung, puh, ja, das ist irgendwie puh, 1990 wäre das ein bisschen einfacher gewesen. Also das ist immer das Problem, wenn man 30 Jahre lang nichts tut und dann feststellt, oh, jetzt wird es aber eng. Also, weiß man, wenn man irgendwie zu Freunden geht und irgendwo eine Party hat und irgendwie den Kuchen noch schnell backen muss, aber da geht es ja auch nicht sehr viel. Hier geht es natürlich um irgendwelche anderen Sachen. So, wir fassen das nochmal zusammen. Also, das ist jetzt Deutschland. Jetzt nicht Gigatonnen, Megatonnen, also das heißt aber, hier geht es runter und wir müssen 2040 auf Null sein. Das wäre der Pfad, den wir langlaufen sollten, wenn wir hier wirklich das 1,5-Grad-Ziel einhalten sollen. Das sind die Ziele der Bundesregierung. Wobei, mittlerweile wird diskutiert, 2050, Frau Merkel redet jetzt darüber, dass wir hier vielleicht dann doch wieder ein bisschen steiler runtergehen sollten, aber das ist alles Diskussion, also noch nicht ganz spruchreich. Aktuellen Ziele der deutschen Bundesregierung. Ich habe mal jetzt einen Abteilungsleiter vom Umweltbundesministerium gefragt, ist euch da nichts aufgefallen? Pariser Klimaschutzabkommen, 1,5 Grad. Ziele der Bundesregierung, passt nicht so ganz. Hat er gesagt, also, ja, wissen wir. Bei 1,5 Grad, da fangen diese Malediven und anderen Inselstaaten abzusaufen. Deswegen hätten die Malediven nie ein Abkommen unterschrieben, wo 2 Grad drinstehen. Irgendwie, weil das macht für die ja keinen Sinn. Für Deutschland sind 2 Grad nicht ganz so schlimm. Und deswegen arbeitet die deutsche Bundesregierung weiterhin auf 2 Grad oder 2,5 Grad hin. Okay, das kriegen Sie nicht schriftlich. Aber das zeigt, die Leute wissen, was sie tun. Und das finde ich eigentlich so das Fatale. Also es ist irgendwie, man hatte immer den Eindruck irgendwo, dass man es nicht weiß, aber es wurde gewusst. Und das wäre ja noch schön, wenn wir die rote Kurve haben. Das Blaue ist das, was wir momentan machen. Nun sagt die Munsterin, oh, wir waren doch schon mal ganz gut. Nun muss man sagen, liebe Leute, das sind die Wiedervereinigungsgewinne. Wir hatten ja die Wiedervereinigung in den 90er Jahren. In Ostdeutschland haben wir einfach die Industrie abgewickelt. Und dadurch haben wir weniger CO2 gehabt. Ich hatte neulich einen Vortrag in Österreich. Da habe ich gesagt, liebe Österreicher, ihr hättet euch auch mal mit Ungarn wiedervereinigen sollen. Dann hätte eure CO2-Bilanz gestimmt. Weil genau, die Ungarn hatten das gleiche Problem in den 90er Jahren mit der Wirtschaft wie die DDR. Also das ist Statistik, aber hat nichts mit Klimastutz weltweit zu tun. Den echten Klimastutz sehen wir etwa so ab dem Jahr 2000. Das ist die Energiewende, die findet statt in Deutschland. Muss man fairerweise sagen. Also es ist nicht irgendwie, dass wir gar nichts tun. Aber in einem Tempo, was natürlich irgendwo nicht mal ansatzweise hingeht. Das heißt also, wir wollen 1,5. Wir haben Ziele, mit denen wir vielleicht 2 bis 2,5 Grad machen können. Und wir haben eine Reduktionsgeschwindigkeit der CO2-Mission, bei denen wir auf etwa 3,5 bis 4 Grad hinlaufen, wenn das alle auf der Welt so machen würden. Hm. Also genau. Wenn man jetzt irgendwie so Kinder hat und irgendwie so sagt, das sollst du machen. Und dann sagt, nö, ich verspreche dir das und das kommt bei raus. Dann gäbe es richtig Ärger zu Hause. Also bei der Politik ist das natürlich schwierig. Noch dramatischer wird es, ich habe mal hier einen ganz spannenden Vergleich gemacht. Ich habe jetzt nochmal den kürzeren Zeitraum von 2000 bis 2018 USA und Deutschland verglichen. Das ist Deutschland. Das ist USA. Man denkt ja immer so, die Amerikaner sind so schlimm im Klimaschutz. Nein, statistisch gesehen ist momentan Donald Trump sogar der bessere Klimaschützer. Ja, gut. Will er nicht, aber unabsichtlich. Also aber, Sie sehen, es ist von der Energiepolitik kaum ein Unterschied, in welchem Industrieland sie derzeit sich aufhalten. Deutschland ist da alles andere als Vorreiter. Also wir müssen gucken, dass wir nicht noch schlechter werden wie die Amerikaner. So, nun kann man ja sagen, okay, wir haben doch jetzt einiges gemacht. Wir haben den Kohleausstieg beschlossen bis 2038. Super, wir haben das auch mal nachgerechnet. Das ist ja der aktuelle Trend. Und jetzt haben wir mal ausgerechnet, was machen die CO2-Einstitutionen, wenn der Kohleausstieg, so wie er beschlossen wurde, 1 zu 1 umgesetzt wird. Ja, hat einen Effekt. Okay. Gut. Bitte, liebe Bundesregierung, wo kommt der Rest bis zur grünen Linie her? Schwer zu erkennen. Also keinerlei Ziele, keinerlei Visionen. Das heißt also, das ist es jetzt gewesen, kann es natürlich nicht sein. Und wir werden im Rest des Vortrags dann nochmal diskutieren, was wir machen müssen. Das möchte ich hier erstmal zeigen. Wir machen Energiewende. Ja, hier haben wir nochmal skaliert in dieser Grafik, also die Entwicklung der Anteile der Energieversorgung von 1990 bis heute. Und dann haben wir hier grau, das sind fossile Energieträger. Das geht jetzt über alle Energieträger. Also Wärme, Öl fürs Feuern, fürs Autofahren, Strom, Kohle. Dann haben wir ein bisschen Kernenergie, wird dann in der Diskussion sehr stark überbewertet, also spielt gar nicht so eine große Rolle. Und die Erneuerbaren. 14% Anteil erneuerbare Energien, wenn ich nicht nur auf den Strom gucke, sondern es ist auf die wärmenden Verkehr hinzu. Und wenn wir jetzt die Geschwindigkeit uns anschauen, wo wir die regenerativen Energien ausbauen, dann sehen wir, also wenn wir mit der gleichen Geschwindigkeit die Energie machen, business as usual, dann werden wir gegen Ende des Jahrhunderts 60% erneuerbare haben. Es sind immer noch 40% fossile übrig. Und dann werden wir halt einfach auf 3 Grad plus oder größer hinauslaufen, weil das einfach viel zu langsam ist. Und nun kommt die Herausforderung, wir müssten eigentlich das hier machen. Das heißt, wir müssten versuchen, jetzt 2040 klimaneutral zu werden, vielleicht sogar noch 5 Jahre früher. Das heißt also, das ist der Korridor, in dem wir klimaneutral werden müssten, um 1,5 Grad einzuhalten. So, hätten wir 1990 angefangen, wäre die Kurve nicht ganz so steil gewesen. Jetzt haben wir das Problem, jedes Jahr, was wir verlieren, wird also ein bisschen schwieriger. Das ist die Herausforderung. Ich möchte einfach mal Sie fragen hier im Raum, wie sieht das Ganze aus? Wer glaubt, werden wir es schaffen, bis 2040 eine Energieversorgung ganz ohne Erdöl, Erdgas und Kohle weltweit aufzubauen, um so das Klima zu retten? Wer hier im Raum glaubt, dass wir es schaffen werden? Weltweit. Weltweit. Okay. 10% Optimisten, das ist gut. Gut, ich hatte neulich eine Veranstaltung, da war ganz grausam, da saßen noch mehr Leute wie hier und da hat sich kein einziger gemeldet. Also, insofern. Theoretisch, dass es schaffbar ist. Theoretisch hilft uns ja nichts, also wir müssen es ja praktisch schaffen, genau. Also, andere Frage, wer hat hier so ein Smartphone? Okay, alle noch wach. Gut, also, funktioniert. Ja, bei meinen Studenten sind das 120%, die haben dann zwei Geräte auf dem Tisch. Also, statistisch gesehen gibt es 1,5 Mobilfunkanschlüsse pro Einwohner in Deutschland. Also, wie das funktioniert, weiß ich nicht, aber jeder zweite Deutsche kann statistisch mit sich selber telefonieren. Jetzt mal ne andere Frage. Wer von Ihnen hatte vor 20 Jahren ein Smartphone? Mal gucken, melden sich so ein paar. iPhone, 12 Jahre, 13. Muss irgendwas anderes gewesen sein? Es gibt noch Leute, da gab es so ein Nokia irgendwie. Also, ja, kann sein, aber das würde ich noch nicht als Smartphone bezeichnen. Also, das echte Smartphone ist das iPhone. Stellen wir fest, wir können, oder, nein, das Fairphone. Ja, da kommen wir später noch drauf. Genau, also, wer von Ihnen hatte vor 20 Jahren ein Smartphone? Das ist die Frage. Fast keiner. Wir können also eine, ja, wir können eine Technologie in 20 Jahren, dann lassen wir mal hier drei, vier Prozent noch gelten, also von fast null auf 100 Prozent bringen. Das geht. Und nun schauen wir mal, sagen wir mal, okay, das ist Spielzeugtechnik. Zu Hause mal gucken. Genau, einfach mal zwei Stapel machen. Auf die eine Seite die Stromrechnung legen. Und auf die andere Seite Telefonrechnung, Internetrechnung, Handyrechnung, Kauf von Mobilfunk in Geräten, Fritzbox. So, und dann gucken wir mal und zählen das alles zusammen auf den einen Stapel, auf dem anderen. Vor 20 Jahren hatte ich 23 D-Mark Telefonrechnung. Das heißt also, damit kommen wir heute nicht mal irgendwie eine Woche weit. Das heißt also, was ist es? Wir können uns einen Technologieschwung auf 0 und 100 technologisch realisieren. Und wir können es uns auch leisten. Die einzige Frage bei dem Klimaschutz, warum es nicht funktioniert, ist nicht, dass wir ein technisches Problem haben, ist auch nicht, dass wir ein finanzielles Problem haben. Die einzige Frage ist, dass wir glauben, dass wir es uns nicht hinkriegen, dass wir es nicht schaffen, dass wir es nicht realisieren können. Und das zieht sich durch die ganze Bevölkerung und vor allen Dingen auch durch die Politik. Das heißt, das geht eh nicht. Dann brauche ich es auch gar nicht erst anfangen. Und das ist das Problem, was wir haben. Das heißt, wir müssen es zum Man-to-the-Moon-Projekt machen. John F. Kennedy, die Amerikaner hatten ja nochmal spannende Präsidenten, auch 1962. Was hat John F. Kennedy gemacht 1962? Echt faszinierend, wir feiern das demnächst hier, 50 Jahre Feier. Er hat sich hingestellt vor die Nationen und hat gesagt, die amerikanische Regierung hat heute beschlossen, dass wir auf den Mond fliegen werden. Heute sagt man okay. Aber damals muss man sagen, die NASA hatte weniger Rechenleistung als mein Handy. Also das ist wirklich eine echte Hausnummer gewesen, was man da irgendwie gesagt hat. Also das heißt, mit diesen technischen Voraussetzungen, wir fliegen auf den Mond. Und das wird eine Stange von Geld kosten. Enorme Herausforderung. Und wir werden dafür, dass wir auf den Mond kommen, ab nächster Woche die Steuern erhöhen. Was haben die Leute gemacht? Sie haben applaudiert. Das heißt, warum schaffen wir es nicht, dass sich Leute hinstellen und sagen, unsere Regierung hat heute beschlossen, dass wir die Lebensgrundlagen unserer Kinder erhalten werden. Das ist ein schwieriges Ding, ganz klar. Das wird auch unendlich viel Geld kosten. Und wir werden dafür auch ab nächster Woche die Steuern erhöhen müssen. Wenn man das mit der gleichen Sache vorträgt, wie John F. Kennedy damals, dann werden auch da die Leute applaudieren und mitmachen. Das heißt, die Frage ist, wie schaffe ich es, diese Vision zu transportieren. Und wie ist die Sache ausgegangen? John F. Kennedy war sieben Jahre später auf dem Mond. Die Amerikaner haben mehrere hundert Milliarden Dollar verbrannt, um ein Wettrennen gegen Russland zu gewinnen. Mittlerweile haben wir ein Wettrennen um die Zukunft unserer Kinder und sind nicht da bereit, diesen gleichen Elan und Anspruch auf den Tagesordnung zu bringen, die Amerikaner damals gemacht haben. Das ist das einzige Problem, was wir zu lösen haben, wenn wir den Klimawandel beseitigen wollen. Ich möchte Ihnen aber jetzt alle hier die Reise auf dem Mond skizzieren. Es ist eine Reise auf dem Mond, die wir machen müssen, um das jetzt noch hinzukriegen. Und dazu schauen wir uns mal verschiedene Punkte an. Und zwar erst mal, wo kommt das CO2 her? 19% des CO2 kommen aus der Braunkohle. 11% aus der Steinkohle, 2% aus der Erdgaskraftwerke, 21% Industrie, Verkehr und Haushalte. So, wir können sagen also, das hier, die Kohlekraftwerke, ist im Wesentlichen die Stromversorgung. Dann haben wir den Verkehr, auch ein großes Punkt. Haushalte, Industrie, das sind dann Wärmeanwendungen. Das heißt, wir haben eigentlich die drei großen Bereiche, Wärme, Verkehr und Strom. Und dann gucken wir uns diese drei Bereiche mal näher an. Das heißt, wir fangen an mit der Wärmeversorgung. Und bei der Wärmeversorgung sieht es so aus, 22% unserer Wärme kommen aus Erdöl. 49% aus Erdgas, dann haben wir noch ein bisschen Kohle, Strom, Fernwärme, Biomasse, Solarthermie und Wärmepumpen. Das hier sind die erneuerbaren Energien. Und als ich diese Grafik gemacht habe, ihr sagt, oh, ist ja schon krass, Deutschland ist ziemlich bescheuert. Wir haben eine Wärmeversorgung auf Basis von Erdöl und Erdgas und haben gar kein Erdöl und Erdgas. Also lassen wir mal den Klimawandel ganz außen vor. Es ist, glaube ich, nicht richtig clever, so eine Energieversorgung zu machen. So nebenbei geben wir jedes Jahr 70 Milliarden Euro für den Import von Öl und Gas aus. Haben Sie schon mal jemand darüber reden hören, dass es blödes ist, 70 Milliarden Euro für den Import von Öl und Gas auszugeben? Nö, aber die Energiewende ist zu teuer. Also das ist irgendwo so eine Sache. Das Geld würde wenigstens im Land bleiben. Das kriegt dann Putin oder der Kronprinz aus Saudi-Arabien, der dann vielleicht wieder deutsche Panzer kauft. Das sind alles so Geschäfte, aber das sind Sachen, die dann natürlich nicht so clever sind, würde ich sagen. Wie können wir das Ganze hinkriegen? Natürlich müssen wir uns von der Öl- und Gasheizung trennen. Wenn wir weiter kein fossiles Öl und Gas verfeuern wollen, dann müssen wir uns von der Öl- und Gasheizung verabschieden. Und dann kann man rechnen, 2040 spätestens klimaneutral, 2020 der Einbau der letzten Öl- und Gasheizung. Ich habe so einen Vortrag auch mal auf der Tagung der Heizungsinnung gehalten. Die sind aber ganz entspannt. Die Leute werden schon nicht frieren, dann bauen wir halt andere Heizungen ein. Das ist gar kein Problem. Und dann meinte der Einheizungsmeister, Herr Quaschning, eine Kritik habe ich schon noch. 20 Jahre Lebensdauer für eine neue Öl- und Gasheizung. So lange halten die neuen Heizungen nicht mehr. Okay, dann haben wir noch ein paar Jahre mehr Zeit. Aber ja, das ist also hier das Problem. Kann ein Industrieland sich von der Öl- und Gasheizung verabschieden? Ja, Dänemark hat das beschlossen, schon vor fast zehn Jahren. Norwegen hat beschlossen, Ölheizungen dürfen ab nächstem Jahr in Norwegen nicht mehr eingebaut werden. Norwegen ist ein Ölförderland. Deutschland hat im letzten Jahr noch auf Bundesländerebene Förderung für Ölheizungen ausgeschüttet. Wo man einfach so sagt, es ist nicht so clever, was wir hier an der Politik machen. Die Alternative, die wir sehen, wo es technisch geht, ist eine elektrische Wärmepumpe. Das heißt, wir können hier sehr effizient aus Strom Wärme machen. Und dieser Strom, der muss dann natürlich aus erneuerbaren Energien stammen. Also aus Solar- und aus Windenergie. Das ist unsere Vision. Zweiter Punkt, Verkehr. Aufbau eines klimaneutralen Verkehrs. Auch ein sehr wundes Thema hier in Deutschland. Genau, also Abschied von dem Benzin- und Dieselmotor. Auch wieder die gleiche Rechnung. 2040 klimaneutral, Auto hält 15 Jahre. 2025 der letzte Verbrenner. So, in Deutschland schwierig. Also der Erste, das gefordert hat, war sogar der Herr Söder. Genau, erstaunlicherweise. Aber das war in irgendeinem Wahlkampf, wo er den Grünen was. Heute will er davon nichts mehr wissen. Die Zweiten, die das gefordert haben hier in Deutschland, waren die Grünen. Auf einem Parteitag, ich glaube, das ist drei Jahre her mittlerweile. Wobei nicht 2025, 2030. Habe ich damals schon nicht verstanden. Und das ging bei den Grünen auch nur unter Schmerzen durch. Da hat sich der Herr Kretschmann gemeldet. Und unter der Hand, da gibt es so Videos da, hat er nicht ganz laut gesagt, wollte sich nicht blamieren. Aber so, Elektroautos 2030. 2030 in Deutschland geht gar nicht. Und dann kam der Nachsatz, wo sollen die alle tanken? Wenn man sagt, ich bin von der Ausbildung Elektrotechniker. Lieber Herr Politik, die Energiewende kann an allem möglichen scheitern. Aber bitte nicht daran, dass wir Steckdosen bauen. Da ging es ja um Steckdosen. Also wo sollen die tanken? Da reicht eine Haushaltssteckdose. Es wird immer so gesagt, da brauchen wir eine Schnellladestation. Bei einer Haushaltssteckdose können Sie 10 bis 20 Kilometer pro Stunde tanken. Über Nacht 200 Kilometer. Wo wollen Sie denn hinfahren mit diesem ganzen Strom? Also das heißt, es funktioniert. Kann man alles ein bisschen besser machen, optimieren. Ja, aber daran kann doch die Energiewende nicht scheitern. Dann schauen wir mal nach China. Die Chinesen investieren in den nächsten drei Jahren 16 Milliarden Dollar, bauen 5 Milliarden Schnellladepunkte auf in ganz China und dann ist das Thema durch im Jahr 2022 und nicht im Jahr 2030. Da ist immer das Problem, wo ist die Vision? Die Chinesen haben mittlerweile Visionen, wir nicht. Wir gehen dann zum Arzt, wenn wir irgendwelche Visionen haben. Also das ist das Problem. Wir müssen doch diese Sachen entwickeln und gucken, dass wir da vorankommen und nicht weiter hier irgendwie dieses Kleinkarierte machen. Mittlerweile kommen die Batterien aus China und demnächst auch alle Autos, wenn wir so weitermachen. Großbritannien hat jetzt gerade vor zwei Wochen beschlossen, 2030, keinen Verbrennungsmotor. Das ist ein Regierungsbeschluss. Das heißt also nicht von der Opposition. Das heißt, da wird einiges passieren. Ja, das heißt, aber es ist nicht auch die Sache, dass wir nur alle Autos ersetzen. Wäre ich auch immer gefragt, naja, ist das denn die Lösung Elektroautos? Kann man ganz einfach sagen, für Deutschland ja, für die Welt nein. Die Welt hat mittlerweile eine Milliarde Autos. So, in Deutschland gibt es auf zwei Einwohner ein Auto. Wenn sie das auf die Welt übertragen, brauchen wir vier Milliarden Autos. Das heißt also, von einer Milliarde auf vier, da habe ich Schwierigkeiten mir vorzustellen, wo da die ganzen Rohstoffe für herkommen. Das heißt also, wenn wir den deutschen Lebensstil international übertragen wollen, heißt das, wir müssen auch hier ein anderes Mobilitätsverhalten realisieren, was mit weniger Fahrzeugen hinkommt. Sonst werden wir das nicht übertragen können. Das heißt, Elektromobilität für alle, da wird immer sagen, wer soll sich das leisten? Ja, kann ich, mache ich, 2,80 Euro in Berlin. Also, das heißt, so billig kommen Sie mit keinem Benziner von A nach B, also hier. Also, das ist heute schon realisierbar. Also, das ist natürlich erstmal die beste Variante. Jetzt kann man sagen, okay, es gibt auch Orte auf dem Land, wo es irgendwie nicht geht oder lange dauert, bis der öffentliche Nahverkehr, dann kann man auch irgendwie elektrische Autos dann fahren. Ja, geht. Also, die Amerikaner haben es vorgemacht. Irgendwann gibt es auch ein paar andere Autos, Deutsche, die dann auch hier auf den Markt kommen. Und natürlich braucht man auch Steckdosen. Aber wenn man nicht weiß, wie das funktioniert, also, ja, einfach mal bei Herrn Musk anrufen. Der hat also hier in Deutschland schon für seine Autos dann Steckdosen aufgebaut. Genau, die Deutschen haben immer ein bisschen Schwierigkeiten dann zu tanken. Aber für Tesla ist das momentan das Problem schon gelöst. Heute, nicht 2030. Ja, dann wird immer gesagt, okay, also es gab jetzt auch neulich dann sehr starke Kritik, weil ich dann auch sehr oft dann sage, das Elektroauto ist sehr wichtig. Ich habe hier nochmal eine Effizienzanalyse gemacht. Das heißt, wenn man ein Benzinauto betankt, das braucht 55 Kilowattstunden, also 5,5 Liter sind 55 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Man kommt also mit einer Kilowattstunde 1,8 Kilometer weit mit einem Benzinauto. Wenn man jetzt anfängt, das kann man machen aus Solarenergie, so mit Wasserstoff, Elektrolyse und dann noch ein bisschen andere Chemie, kann man also so ein Benzinderivat herstellen. Da haben Sie aber Verluste dabei, es ist noch ungünstiger, brauchen Sie noch mehr Energie vorbei. Dann sagen die Leute, okay, jetzt machen wir das Wasserstoffauto. Das Wasserstoffauto, da machen wir Wasserstoff aus Sonne und Wind. Und das tut man in den Tank und das fährt dann elektrisch durch die Gegend. Ja, kann man machen. Für die Herstellung von Wasserstoff brauche ich aber erstmal relativ viel Strom. Ich verliere einiges und muss dann, wenn ich diesen Wasserstoff wieder in Strom zurück verwandle, nochmal eine Brennstoffzelle betreiben und verlieren, nochmal was. Das heißt also, so sonderlich klug und effizient ist das nicht. Wir kommen aber ein bisschen weiter durch den Elektromotor, als wenn wir den Wasserstoff direkt verbrennen. Nun kommt das Batterieauto. Wenn wir mit einem Batterieauto fahren, dann haben wir einfach mit einem sehr guten Wirkungsgrad die Batterie aufgeladen und wir kommen mit der gleichen Strommenge, womit wir mit einem Wasserstoffauto zwei Kilometer weit kommen, mit einem Elektroauto fünf Kilometer weit, wenn Sie mit einem Batterieauto fahren. Und dann ist einfach die Frage, die sich dann stellt, Wasserstoff oder Elektroauto, die wird gerade im Internet sehr heiß diskutiert, aus der Frage, ja, man kann Wasserstoffautos machen, funktioniert alles. Sie brauchen nur fast dreimal so viel Solar- und Windräder dann am Ende dafür. Und da fehlen uns in Deutschland die Plätze, wo man es aufbauen kann, um dann den Strom in die Steckdosen zu bringen. Also das ist die Situation und deswegen ist das nicht der Weg. Also wir sagen oder in unserer Studien, die wir hier gemacht haben, ganz klar, wir werden diesen Weg hier gehen müssen. Okay. Spannend ist dann auch die Kombination mit der Solarenergie. Das ist jetzt auch ein Auto. Das Erste, was wir gezeigt haben, war Tesla. Da muss man, ja, gut, HTW-Absolvent sein und gut verdienen. Genau. Das geht jetzt schon in eine andere Richtung. Auch kein deutsches Auto. Die Deutschen können sowas ja, wie gesagt, nicht. Ein Koreaner, 40.000 Euro in etwa 400 Kilometer Reichweite. Und Sie können da mit fünf Personen einigermaßen bequem drin sitzen. Also das heißt, es ist ein vollwertiges Auto, wo Sie auch eine gewisse Strecke nachkommen. Können Sie von deutschen Herstellern zumindest mal nicht ansatzweise für diesen Preis kauft. Was ich jetzt mal ausgerechnet habe, ist relativ spannend. Man nehme ein Solarmodul, das ist so ein anderthalb Quadratmeter. Und guckt mal, wenn man das optimal aufstellt, was da an Strom rauskommen kann. Dann kann man dieses Auto mit so einem Solarmodul rein rechnerisch 2400 Kilometer fahren. Und das war so eine Sache, da muss ich erst dreimal nachrechnen, ob ich dann bei den Lungenärzten so 10er-Kontenz, das ist immer schwierig. Nee, aber es ist kein Lungenarzt-Problem. Das heißt, es ist wirklich wahr. Das heißt, Sie können mit einem Solarmodul zweieinhalbtausend Kilometer Auto fahren, vier Module, 10.000 Kilometer. Also da reicht der Carport von der Menge. Jetzt muss es natürlich zeitgleich noch passieren. Das heißt, wir brauchen natürlich dann irgendwelche Speicher noch im Hintergrund. Aber es ist einfach faszinierend zu sehen, wie effizient so ein Elektroauto ist. Das ist die Spritmenge, die Sie pro Jahr hier unten drunter einsparen mit einem Solarmodul. Das fand ich doch schon beeindruckend. Das heißt also, wenn man individuell unterwegs sein muss, dann so. Das ist also auf alle Fälle die ganz klare Sache. Und der Strom muss natürlich aus erneuerbaren Energien stammen. Wenn man ein Elektroauto mit Kohlestrom betankt, dann habe ich die Pest mit der Kohle rausgetrieben. Also das ist auch ganz klar. So, ganz unangenehmes Thema. Ja, da haben wir jetzt gar keine Lösung dafür. Etwa 10% der deutschen CO2-Emissionen, Treibhausgasemissionen stammen mittlerweile aus dem Flugverkehr. Weltweit ist es ein bisschen weniger. Das liegt daran, dass letztes Jahr nur 3% der Weltbevölkerung geflogen ist. 97% ist am Boden geblieben. Das heißt also, Flugverkehr ist ein sehr elitäres Problem. Und deswegen müssen wir schauen. Ich habe mal ausgerechnet, Berlin-Palma macht ungefähr 0,7 Tonnen CO2. 10 Tonnen ist der Bundesdurchschnitt. Also insofern einmal nach Palma geflogen, 7 Tonnen zurück. Und wir wissen, dass eine Tonne CO2 ungefähr 180 Euro Schäden verursacht. Das heißt, Sie kaufen sich einen Flug für 50 Euro und verursachen für Ihre Kinder. Also im Prinzip müsste man dann irgendwie nochmal mit dem Flugticket sagen, so die Rechnung für Ihre Kinder 180 Euro, 130 Euro, genau. Reichen Sie mal durch. So, Düsseldorf, Antalya sind 219, München, Miami 900, Frankfurt, Sydney 1914 Euro an Klimafolgeschäden. Das Schlimme an dieser Sache ist, wir haben keine technische Lösung in den nächsten 10 bis 15 Jahren, die dieses Problem lösen kann. Sie werden einige Kollegen finden, habe ich früher auch gedacht, bevor wir uns dann hier in meiner Arbeitsgruppe nochmal in diese Thematik reingearbeitet haben, dass wir einfach diesen Treibstoff ersetzen durch irgendwie Bio-Kerosin oder durch irgendwelche synthetischen Treibstoffe. Wir haben ein folgendes Problem. Wenn wir Kerosin hier am Boden verbrennen, haben wir eine gewisse Klimawirkung. Machen wir das in 10 Kilometer Höhe, bleiben die Schadstoffe länger erhalten und die Klimawirkung ist um den Faktor 2 bis 3 größer, mindestens. Manche Studien sagen sogar um Faktor 5. Das heißt also, wenn wir hier klimaneutralen Flugtreibstoff am Boden und den dann oben verbrennen, dann hilft auch Bio-Kerosin nichts, weil Sie zwar das am Boden klimaneutral haben, aber dann durch den Faktor 2 bis 3 trotzdem eine Klimawirkung erzielen. Sie können das halbieren vielleicht, das geht technisch, aber Sie kommen nicht auf Null runter. Dafür brauchen wir Elektroflugzeuge oder irgendwelche anderen, da entwickelt man gerade was, die sind aber nicht vor 2040 verfügbar. Bis dahin ist jeder Flugverkehr technisch nicht anders zu realisieren, als dass wir diesen Schaden damit beursachen. Und die einzigste Option, die ich jetzt einfach sagen kann, empfehlen, nicht mehr fliegen. Ich persönlich habe meine Flugaktivitäten dieses Jahr eingestellt, weil ich dafür keine technische Lösung habe und sage, es funktioniert nicht mehr. Und deswegen müssen wir einfach gucken, dass wir das unterbinden. Das heißt, Urlaubsflüge, man muss auch mal ganz ehrlich sein, also ich sehe auch alle ein paar Jüngere dabei, aber wenn ich an meine Kindheit denke, ich bin ein einziges Mal mit meinen Eltern in meiner Kindheit geflogen. Das war eine Sache, da haben die zehn Jahre drauf gespart, weil das Fliegen einfach so teuer war. Ich habe jedes Jahr einen Urlaub mit meinen Eltern gemacht. Ich kann mich an viele erinnern, die waren schön, aber dafür mussten wir nicht fliegen. Das heißt, die Frage, müssen wir in den Urlaub fliegen, das ist eine Frage, die wir in dieser Gesellschaft einfach diskutieren müssen. Mehr als die Hälfte aller Flüge sind Urlaubsflüge, die einen enormen Schaden verursachen, wo wir technisch keine Lösung haben. Das kann man auch der Politik nur, die kann lenken oder sowas, aber den kompletten Flugverzicht müssen wir gucken. Und auch im Businessbereich, muss man ganz klar sagen, da kann man sicherlich die Hälfte der Flüge durch irgendwelche Kommunikationsmittel ersetzen. Das heißt also, da geht relativ viel. Ja, das ist ein Punkt, wo man drüber nachdenken muss. Also es lässt sich nicht alles technisch lösen, deswegen scheut die Regierierung auch zurück, weil das eine oder andere sehr unangenehm ist. Auch bei einer klimaverträglichen Stromversorgung, der letzte Punkt. Wir sehen, der Stromverbrauch in Deutschland, ja, der geht leicht nach oben. Ich hatte vor fast drei Jahren jetzt eine Diskussion mit dem damaligen Staatssekretär für Energie im Wirtschaftsministerium. Und der hat, ja, da habe ich dann gefragt, ja, wie wollt ihr das dann hinkriegen, der Klimaneutralen? Und er hat gesagt, wir machen jetzt Efficiency first. Okay, aber wenn man nicht weiter weiß, wird es dann so amerikanisch. Er hätte ja auch sagen können, Energie sparen, das hätte dann jeder verstanden, aber so klingt das ja moderner. So, ich habe gesagt, okay, leuchtet ein. Die Fernseher werden alle sparsamer pro Quadratmeter. Das ist unser Problem. Also das heißt, selbst wenn wir davon ausgehen, dass wir also es hinkriegen, klimaneutral zu werden, zu wollen und der Stromverbrauch runtergeht, das kann ja durchaus sein, dass wir sagen, die Rede werden alle effizienter, das unterstellt man nicht. Haben wir aber jetzt gesagt, wir müssen gucken, dass wir die Autos ersetzen. Wir brauchen zusätzlichen Strom, auch selbst wenn wir das mit öffentlichem Nahverkehr machen, die den Öl und Gas, auch der BVG-Bus fährt ja mit Diesel. Also da brauchen wir zusätzlichen Strom. Wir brauchen zusätzlichen Strom, wenn wir die Öl- und Gasheizung rausschmeißen wollen. Das müssen wir mit Wärmepumpen machen, zusätzlicher Strom. Wir haben Industrie, die feuert heute mit Öl, Kohle und Gas. Wenn wir das ersetzen wollen, brauchen wir zusätzlichen Strom. Und wenn wir wissen, dass wir das mit erneuerbaren Energien machen, die schwanken, ja, es ist technisch sehr interessant, dass die schwanken, aber da braucht man einen Speicher, der das ausgleicht und ein Speicher macht Verluste. Und deswegen brauchen wir auch noch was, was wir verlieren können. Das ist also auch wieder einfach eine technische Sache. Das heißt, wir brauchen noch mehr Strom. Und wenn wir Deutschland im Jahr 2040 klimaneutral machen wollen, mit erneuerbaren Energien, die hier in Deutschland funktionieren, bedeutet das, dass der Stromverbrauch sich in etwa verdoppeln wird. Das ist die Herausforderung. Und nun sehen wir mal, was die Bundesregierung plant. Wir haben also SPD und CDU. Also, und das sind die Ziele der Bundesregierung. Wir haben jetzt aufgetragen bis 2017, die realen Ausbau der erneuerbaren Energien von unten nach oben, Blau, Wasserkraft, Biomasse, Windkraft Onshore, Windkraft Offshore und Gelb, die Photovoltaik. Und ab 2017 sind das die aktuellen Ziele der deutschen Bundesregierung. Das heißt, die Bundesregierung plant einen Zubau von erneuerbaren Energien, der stattfindet. Ja, es wird mehr. Aber es wird so langsam mehr, dass sich mir rein rechnerisch mit einem Dreisatz nicht erschließt, wie wir hiermit klimaneutral erfüllen können. Es geht einfach nicht. Das heißt also, wir haben ein Ziel, Klimareduktion, CO2, wir haben Ziele für Ausbau erneuerbarer Energien und wir haben Zubauziele für erneuerbare Energien. Und diese drei Werte können Sie rechnerisch, mathematisch nicht in Einklang bringen. Darauf weisen wir schon seit zehn Jahren hin. Da hat keiner bislang irgendwie zugehört. Jetzt mittlerweile trinkt das nach draußen, aber das ist die Situation. Das heißt, was müssten wir machen? Wir müssen jetzt aufdrehen. Wir müssen wirklich viel mehr bauen. Was können wir machen? Wasserkraft und Biomasse geht nicht in Deutschland. Das heißt, wir müssen Wind machen. Wind ist die Ressource Nummer eins. Wir werden gleich nochmal sehen, was das bedeutet. Wir gehen davon aus, dass wir für die Energiewende in Deutschland etwa zwei Prozent der Landesfläche brauchen, 200 Gigawatt Wind. Wir haben derzeit in Deutschland im Betrieb 53. Das heißt also, wir müssen die Leistung nochmal vervierfachen. Und zahlenmäßig kann man das auch sagen, wenn man sagt, der Herr Quaschning will jetzt Hunderttausende von Windrädern aufstellen. Nee, nur 67.000. Aber das sind schon viele. Man wird sie sehen. Das heißt also, 29.000 Windräder haben wir mit 1,8 MW. Also die werden etwas größer werden. Und dafür etwa doppelt so viele nochmal. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir in Deutschland es schaffen, die doppelte Menge an Windrädern, die noch größer sind als die alten, zu realisieren. Nur dann haben wir eine Chance, ausreichend Windstrom zu machen. Und das wird zunehmend schwierig. Aber diese Widerstände muss man überwinden, weil sonst haben wir keine Chance, es hinzukriegen. Und dann muss man einfach mal nach Bayern gehen. In Bayern hat die bayerische Landesregierung beschlossen, eine 10H-Regelung. Sie müssen zehnmal die Höhe von der Windkraftanlage Abstand halten. So. Und dürfen dann also hier, da auf ein Gebäude stehen. Das heißt, das ist so krass, dass sie überhaupt gar keine Chance haben, mehr in Bayern Windräder aufbauen. Also Aufbau von Windkraftanlagen, im ersten Quartal 2019 in Bayern null. Das heißt, Bayern hat sich auf der Windenergie-Technik komplett verabschiedet. Die Konsequenz ist, dass wir nun Leitungen brauchen, die in Bayern mit Strom versorgen, die wieder alle bezahlen. Also ich finde das irgendwie nicht gerecht. Also wenn der Herr Söder keine Windräder mehr haben will, dann soll er doch bitte schön seine Leitung selber bezahlen. Also dann wird auch die Bereitschaft in Bayern sehr, sehr schnell wieder steigen, eigene Windräder aufzubauen, weil das wird nämlich sehr, sehr teuer auch für die bayerische Regierung. Also das muss man überlegen. So geht das im Prinzip nicht. Und das ist das Problem, was wir vor uns hier tragen. Wir brauchen auch noch Wind offshore. Das heißt also, hier brauchen wir etwa nochmal 10.000 Windräder, die wir in die hohe See stellen. Aber dann wird man sagen, also es wird immer sagen, dann lasst uns alles hinstellen in die Nordsee. Nein, die ist zu klein, geht nicht. Das heißt, wir müssen die Nordsee zustellen und wir müssen auch das Land zustellen, weil wir in Deutschland so irre viel Energie verbrauchen. Das ist die bittere Wahrheit und die muss man auch drüben, auch bitte jedem AfD-Wähler verklickern, der dann irgendwo als Wutbürger gegen die Windräder vorgeht. So, dann bleibt aber immer noch, selbst wenn wir das Land, was heißt zustellen, zwei Prozent der Landesfläche nutzen und die Nordsee und die Ostsee relativ gut ausbauen, immer noch eine Deckungslücke. Und für diese Deckungslücke nutzen wir die Photovoltaik. Das ist also Solarstrom und das ist eine relativ große Menge, die wir aufbauen müssen. Die Hälfte davon kriegen wir im Gebäudebereich unter, die andere Hälfte auch Freiflächen. Nur bei der Photovoltaik sieht es so aus, dass wir hier mit dem, was wir im Betrieb haben, noch um den Faktor 10 daneben liegen von dem, was wir brauchen. Das heißt, es wird jetzt langsam eng, hier große Mengen zuzubauen. Und das Dilemma zeigt sich hier. Ich habe hier, genau, so ein Suchspiel, ich habe lange gesucht, ich habe hier keine Photovoltaikanlage gefunden. Das heißt also, das ist das große Problem. Unsere Städte wie Berlin sind, also hier im Bezirk gibt es einige, aber also große Teile der Städte sind Photovoltaikanlagen frei. Und das ist das große Problem. Die Bundesregierung möchte im nächsten Jahr auch noch die Vergütung für solche Dachanlagen komplett streichen. Ob das hilft, dass mehr aufgebaut werden, weiß ich nicht. Also man braucht natürlich auch noch Ackerflächen und da gibt es ganz neue Entwicklungen. Das heißt, wir können Photovoltaikanlagen jetzt auch so aufstellen. Das finde ich super, weil dann haben wir nicht mehr diese Konkurrenz. Das heißt, wir können nun Solar und Fläche zusammenbringen und Landwirtschaft und das funktioniert. Ja, 200 Gigawatt Freiflächen, das heißt, wir brauchen ungefähr 1000 Quadratkilometer Solarmodule. Das klingt erstmal relativ viel. Wir haben aber 182.000 Quadratkilometer landwirtschaftliche Flächen. Also wenn wir das so sehen, man wird die Photovoltaik sehen. Auf jedem, auf einem von 100 Feldern wird dann Solartechnik stehen. Also das heißt, wenn man durch die Lande fällt, das Land wird sich verändern. Ganz klar. Aber es ist machbar. Natürlich brauchen wir auch Speicher und zwar dann, wenn wir Sonne und Wind haben, viele Speicher. Der Speicherbedarf wird etwa um den Faktor 1000 steigen. Faktor 1000. Wie speichern wir heute Energie? Heute speichern wir Energie mit solchen Speicherkraftwerken. Wir pumpen Wasser den Bergkuchen runter, wenn wir zu viel Strom haben. Nun gibt es Kollegen wie der Herr Sinn, der im Internet auch Vorträge hält. Können Sie nachgucken. Der hat 90 Minuten einen Vortrag gehalten, wo er im Prinzip ausgerechnet hat, dass wir die Energiewende nicht mit Pumpspeicher, Wasserkraftwerken hinbekommen können. Ja, das habe ich Ihnen jetzt in 10 Sekunden erklärt. Braucht man keine 90 Minuten dafür. Das Problem ist, dass Sie dann, was wir vorhin beredet haben, dann wieder ganz viele Drolle haben, die unterwegs sind. Und dann sagen, der Herr Sint hat aber gesagt, das funktioniert nicht mit Pumpspeicherkraftwerken und deswegen klappt die Energiewende nicht. Ja, natürlich, wenn man es mit Pumpspeicherkraftwerken klappt, die Energiewende nicht. Das wissen wir. Also, das heißt, was brauchen wir? Wir brauchen eine Speicherlösung, die Speicherlösung, die dafür in Frage kommt, hat Herr Sint gesagt, die betrachte ich nicht weiter, die ist ineffizient. So, und die Speicherlösung, die wir, der Hans, der Wirtschafts-, ja, genau, weiß der Hans irgendwas, genau. So, also, dann haben wir hier Sonne und Wind und dann brauchen wir Batteriespeicher. Batterien entwickeln sich, die haben auch Batterien in Elektroautos. Ich habe vorhin ja ein Bild von einem Elektroauto gezeigt. Der Speicher in diesem Tesla ist so groß, dass Sie damit ein Einfamilienhaus eine Woche lang komplett mit Strom versorgen können, wenn Sie kein Auto fahren. Da kann man ja clevere Lösungen entwickeln. Sagen, okay, jetzt scheint zwei Tage der Wind nicht, ich fahre wenig Auto und nehme mich jetzt mit Strom aus meiner Autobatterie. Und wenn mir jemand noch gut Geld dafür gibt, ist doch ein super Deal. Also, das heißt, solche Lösungen können wir entwickeln und wenn wir das machen, dann sind wir technologisch wieder vorne dabei. Also, das wird dann auch jeder andere in der Welt haben wollen. Da kann man also Sachen machen. Nun ist die aber auch spätestens nach ein paar Tagen leer. Das heißt, wir brauchen auch nochmal für drei, vier Wochen Strom. Dann machen wir sogenanntes Power-to-guest. Das heißt, wir nehmen Wasser, wir nehmen Strom und dann, so Physikunterricht, kennt man zwei Elektroden in Wasser rein, dann blubbert es und dann haben wir Wasserstoff. Wasserstoff ist erstmal ganz gut, aber wir können den Wasserstoff noch aufbereiten in ein zweites Gas, in Methan mit dem Katalysator. Und das ist relativ spannend. Wir stacken also hier Solar- und Windstrom rein und hier hinten kommt Methan raus. Und Methan ist 1 zu 1 Erdgas. Das heißt, wir können uns Erdgas aus Solar- und Windstrom erzeugen. Und der Riesenscharm dabei ist, dass wir jetzt Gasspeicher verwenden können. Und das Tolle dabei ist, diese Gasspeicher sind in Deutschland schon da. Das heißt, wir brauchen also keine Speicher mehr zu bauen. Das Einzige, was wir brauchen, ist, dass wir hier Elektrolyseure, also Anlagen aufbauen, die Strom in Methan umwandeln. Und wir brauchen natürlich Gaskraftwerke, die also Methan wieder in Strom zurück umwandeln können. Das ist also hier die Situation, die wir brauchen. Und ich zeige Ihnen mal den allergrößten deutschen Speicher. Der sieht so aus. Finde ich irgendwie relativ unspektakulär. In diesem Gasspeicher können Sie 4,4 Milliarden Kubikmeter Gas speichern. Ein Kilometer mal ein Kilometer mal vier Kilometer. Wo ist dieses ganze Gas? Unter der Erde. Also bis in zwei Kilometer Tiefe. Wir haben einfach ein Riesenloch im Boden. Und das pumpen wir vollgasvoll. Die technische Anlage, das ist hier ganz oben am oberen Ende dieses gelben Kreises, diese Anlage, Anlage, die da steht mit diesen paar Schornsteinen, erkennt man kaum, die ist dafür verantwortlich, dass das Gas hoch und runter kommt. Damit können wir mit diesem Gaskraftwerk, wenn wir da Strom draus machen könnten, uns fehlen die Gaskraftwerke noch, zwei Wochen am Stück schon den komplette deutsche Stromversorgung sicherstellen. Wir haben diese Kraftwerke, weil wir Angst haben, dass der Herr Putin uns im Winter irgendwann mal den Hahn abdreht. So, wenn wir aber kein fossiles Erdgas mehr verwenden, dann können wir diese Speicher ja verwenden für die Energiewende, für die erneuerbaren Energien und dann haben wir das Speicherproblem gelöst. Das heißt, die Technik dafür ist bekannt und ist auch machbar. So, wir müssten also jetzt ganz schnell Solar und Wind bauen und auch Speicher, wenn wir die Energiewende ernst meinen. Ich zeige Ihnen jetzt mal, was derzeit passiert ist. Das ist der Solarenergiezubau in Deutschland von 2007 bis 2012. Also von einem Gigawatt auf sieben bis acht und dann haben wir also hier die Situation. Das wäre der nötige Zubau zum Erreichen der Klimaschutzziele in Deutschland. Also, wir sehen, eigentlich, wenn wir da jetzt weitergemacht hätten, wären wir da auf einem ganz guten Level gewesen und das ist passiert. Hm, nicht so clever. Das passiert gerade in China, mal so einen kleinen anderen Größenverordnungsgleich zu machen. Also, dass wir uns mal das Ganze überlegen. Gut, das war jetzt die Solarenergie. Warum passiert das? Naja, wir haben Braunkohle. In der Braunkohle hatten wir erstmal einen sehr starken Drop in den Arbeitsplätzen in den 90er Jahren. Ab dem Jahr 2000 einigermaßen stabil. Und nun haben wir die Situation, dass wir in der Photovoltaik erst Arbeitsplätze aufgebaut haben, 120. Und dann haben wir natürlich die Photovoltaik abgewickelt und dann haben wir wieder die Arbeitsplätze abgebaut. Nur, diese Arbeitsplätze sind gar nicht weg. die sind nur in China. Also, das können wir auch ganz klar machen. Ich habe es mal ausgerechnet. Hier sehen wir die Arbeitsplätze, Situation der Photovoltaik in Deutschland. Das ist jetzt die Arbeitsplätze pro 1000 Einwohner. Ich habe das mal normiert, damit man das mit China vergleichen kann. Und das sind die Arbeitsplätze pro 1000 Einwohner in China. Das heißt, was wir jetzt gemacht haben, wir haben Photovoltaik aufgebaut, marktwirtschaftlich gemacht, marktreif gemacht. Ist ja okay. Das ist eine gute Tat. Und dann haben wir gesagt, nee, gefährdet die Kohle. Liebe Chinesen, macht mal weiter. So, und das hat jetzt 80.000 Arbeitsplätze in der Photovoltaik irgendwie gekostet. Und wir diskutieren seit 5 Jahren, dass wir nicht 20.000 Arbeitsplätze in der Braunkohle abbauen können. Also, wo ich irgendwie sage, Leute, was soll das? Also, wir wickeln eine komplette Zukunftstechnologie ab, um 20.000 Jobs in der Braunkohle zu erhalten. 10.000 davon gehen in den nächsten 10 Jahren sowieso in Rente. Und dann brauchen wir noch 5.000, die aufräumen danach. Also, das heißt, es geht um 5.000 reale direkt beschäftigte Arbeitsplätze in der Braunkohle, die vielleicht verloren gehen. Und dafür diesen Zauber, es geht darum, dass viele Gewinne da sind. Dieser ganze Zauber wiederholt sich jetzt gerade déjà vu in der Windbranche. Was wir hier sehen, rot ist der Zubau der Windenergie an Land. Gelb ist die Onshore Repowering, wo wir also alte Windräder abbauen und neue dazustellen. Blau ist Offshore auf hoher See. Das wären die Mengen, die wir ausgerechnet haben, die wir bräuchten, um das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Man kann mal sagen, wir waren ja auf einer guten Linie. So, das machen wir jetzt mal grau. Und was Sie jetzt sehen, das ist die Entwicklung 2018, 2019. Der Windenergiezubau in Deutschland wurde komplett abgewürgt. Und das heißt, die Branche hier, ja, wir rechnen mit 40.000 bis 50.000 Jobverlusten dieses Jahr. 20.000 in der Braunkohle, nochmal um den Größenvergleich zu sehen. Ja, also, darüber redet momentan keiner. Warum ist das so? Ich habe, um das zu visualisieren, nochmal eine ganz besondere Woche rausgegriffen. Das ist die Märzwoche. März 2019. Kalenderwoche 10. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Also die Woche. Wir haben oben mittags immer viel Strom, nachts sind die Täler wenig. Und dann können Sie sehen, wie der Strom sich zusammensetzt. Blau ein bisschen macht die Wasserkraft. Grün ein bisschen die Biomasse, dann die Kernenergie, die Braunkohle, die Steinkohle, Gaskraftwerke und dann ganz viel Wind und ganz bisschen Photovoltaik. War ja März. Und nun sehen wir eine relativ interessante Sache. Die Kernenergie, die Kernenergie ist normalerweise eine Grundlast. Die läuft komplett rund um die Uhr durch. Macht sie fast. Die Braunkohle ist auch eine Grundlasttechnologie. Die läuft normalerweise genauso wie die Braunkohle rund um die Uhr. Strich. Kann man hier nicht mehr erkennen. Das heißt also, was macht die Windenergie? Sie setzt der Braunkohle massiv zu. Das heißt, die Kraftwerksbetreiber müssen die Kraftwerke drosseln. Und nun hatten wir sogar schon einen Tag, was man hier als Techniker sehr schön erkennen kann. Die Kernenergie will ja eigentlich durchlaufen. Wenn das gar nicht mehr geht, dann wird die auch gedrosselt. Das heißt also, wir sehen schon, hier ist die Regelfähigkeit der Braunkohle komplett erschöpft gewesen und wir mussten schon die Kernenergie abdrosseln. Das heißt also, wir haben mittlerweile eine Situation erreicht, wenn ich jetzt sehr schnell Sonnen und Wind zubaue, ist es technisch gar nicht mehr möglich, diese Anlagen voll zu betreiben und sie werden früher oder später aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr betrieben werden können. Und die einzigste Chance der großen Energiekonzerne, ihr Geschäft in diesen Technologien zu retten, war es bislang, das Geschäft der Solar- und Windtechnik zu zerstören. Und das hat die aktuelle Bundesregierung perfekt umgesetzt. Das muss man ganz klar sagen, wie sie in den Zahlen gesehen hat. Wir haben das, ich sage das so verbittert, weil ich habe nochmal gerade geschaut, ich habe den Zusammenbruch der Windenergie vor zwei Jahren genau mit den Zahlen vorausgesagt. Wenn ihr die Gesetze so ändert, dann wird das passieren. Im alten Vortrag 2017, ich hasse es, Recht zu behalten. Und genau das ist eingetreten. Man konnte es sehen. Es ist also eine Zerstörung mit Ansage gewesen. Und im Prinzip, das ist das, was einen dann wirklich wütend macht. Also es ist nicht irgendwie wie der besseren Willens. Das heißt, wir müssen aus der Kohle raus. Nicht nur wegen dem CO2, sondern weil wir der Kohle einfach einen Partner der erneuerbaren Energien haben, der technisch gar nicht in der Lage ist, hier die Energiewende schnell zu gestalten. Allein aus diesem Grund, so schnell wie möglich, 2030 spätestens, möglichst sogar noch schneller raus aus der Kohle, damit wir überhaupt Geschwindigkeit aufnehmen können beim Ausbau erneuerbarer Energien. Das heißt, wir müssen raus aus der Kohle das Ganze dann ersetzen. Das heißt, wir brauchen eine ganz andere Klimaschutzpolitik, die jetzt eine ganz andere Dimension hat und nicht in die falsche Richtung passiert. Und naja, natürlich Politik, ich habe mal also auch mit Kollegen jetzt gesprochen, Politik heißt ja nicht immer nur die Politiker, sondern das Politik ist auch so ein bisschen das Volk. Und das heißt, die Frage ist also, weiter zusehen oder handeln. Und das betrifft uns alle. Und die Veränderungen, die wir brauchen, werden auch radikal sein. Jetzt habe ich nochmal zwei Punkte gemacht, dass man so einfach so sieht, was man auch noch so anpacken muss. Zwei Rindersteaks pro Woche verursachen 300 Kilogramm CO2. Siebenmal so viel, wie ein Einwohner der demokratischen Rippe Kongo pro Jahr verursacht. Wir lesen erstmal, in Kongo kann man kein Fleisch essen, ist zu teuer. Also das sagt auch diese Statistik. Aber es zeigt auch, dass wir hier einfach ein sehr, sehr großes Problem weltweit haben. Etwa ein Sechstel der Treibhausgasemissionen kommen aus dem Fleischkonsum, aus dem Halten von Tieren. Muss man sich einfach mal überlegen. Man kann auch ohne Fleisch überleben. Sonst wäre ich nicht hierher. Also insofern, es funktioniert. Flüge hatten wir schon. Ein Flug nach Florida, vier Tonnen CO2, 13 Mal so viel, wie ein Kenianer verursacht. Wenn man die Leute anspricht, habe ich mal ein Unrechtsbewusstsein. Man fragt sich, ja, Florida, denkst du da nicht an deine Kinder? Wieso, die nehme ich doch mit. Ja, aber so ist das in dieser Welt. Wir wollen einfach mal gucken. Flugverkehr 10%, Ernährung, Fleischkonsum 16%. Wenn alle Deutschen oder, sage ich mal, auf die Hälfte der Flüge und die Hälfte des Fleisches verzichten würden, hätten wir sofort 12 bis 13% Rückgang der Treibhausgasemissionen. Das heißt also, es ist nicht nur der Schrei nach der Politik. Man muss auch gucken, also wenn alle Deutschen komplett aus Fliegen und auf Fleisch verzichten würden, hätten wir 25% Rückgang der Treibhausgasemissionen. Das heißt, der Klimawandel bedeutet auch, wir brauchen Verhaltensänderungen. Und damit können wir das Schnellste bewegen. Alles andere dauert, Technik dauert länger. Und deswegen, bis vor einigen Jahren war ich auch noch und habe gesagt, wir müssen den Leuten die Technik andrehen. Nee, mittlerweile ist so viel Zeit vergangen, dass wir es ohne Verhaltensänderungen nicht hinkriegen. Natürlich müssen wir Technik einsetzen. Ein 10 Tonnen CO2 bei 1,5 Tonnen CO2 bei 10.000 Kilometer Autofahrt, ja, Elektroauto, Verkehrsverzicht oder das Sanieren der Einfamilienhäuser, 7 Tonnen, also das bringt natürlich auch einiges. Das sind technische Lösungen, aber wir brauchen beides, Technik und Verhaltensänderung und wir brauchen neue Technologien. 10 Tonnen, 10 Kilowatt PV, also so ein Dach voll, spart Ihnen 5 Tonnen ein, also das ist die Sache, wir müssen die Dächer voll machen und wir müssen verhindern, dass die Politik auch noch das unterbindet, indem wir jetzt hier irgendwelche Deckel für die Photovoltaik machen und das ist das Tolle. Da kann jeder mitmachen. Hier eine Studentengruppe aus Kassel, die haben mir das Field geschickt und haben gesagt, gucken Sie mal, brauchen Sie den Leuten nicht erklären, macht die Dächer voll, wir hatten keins, aber wir haben unseren Balkon genommen. Also geht auch. Das heißt, das sind Studenten mit einem nicht so guten Einkommen. Also das heißt, Energiewende ist nicht nur etwas für Reiche, wenn man es wirklich machen will. Das heißt, es funktioniert und ganz wichtig, das einfach zum Thema zu machen und deswegen ist es so schön, was also jetzt gerade passiert, die junge Generation, dass wir endlich über Klimaschutz reden. Wir haben uns aus der Forschung diesen Zeitpunkt seit 20 Jahren herbeigesehen, dass also wir wirklich hier das machen und das findet statt. Und wir müssen natürlich auch die ältere Generation mitnehmen. Genau, also es gibt sehr nette, alte Leute, aber es gibt auch viele alte Leute, die als Lebensziel haben, nichts mehr zu verändern. Ab 30 ist man nicht mehr sehr offen für Veränderungen und das ist das Problem, was die Energiewende verhindert. Wir haben vorhin gesagt, die Technik und das Geld ist nicht das Problem. Das Problem ist der Mensch, der nichts verändern will und die gibt es natürlich dann bis hin zu ganz hohen Ämtern und auch das müssen wir und da bin ich sehr froh, hier in Deutschland zu sein, weil da muss man sagen, also ich glaube, also wenn ich jetzt so sehe, was sich hier verändert, Donald Trump hätte hier keinerlei Chancen, auch irgendwie ansatzweise ins Anzug kommen. Aber nichtsdestotrotz haben wir eine Politik und wir brauchen Druck auf die Politik und deswegen ist es so enorm wichtig, dass dieser Druck aufrechterhält. Wir haben jetzt gerade, wir reden darüber, wir haben noch gar keine Lösungen diskutiert, ist auch nicht ansatzweise zu sehen, dass die Politik irgendwelche Lösungen umsetzt. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Zeit und deswegen erstmal, hier sind auch einige von der Fridays for Future-Generation schon da, ihr müsst leider noch ein paar Monate oder Jahre auf die Straße gehen. Also es wird anders nicht gehen. Das muss man ganz klar sagen. Die Wissenschaft ist dabei und ich fand das irgendwie auch enorm. Also wir hatten mit ein paar Kollegen angefangen zu sagen, wir machen mal so Scientists for Future, um die junge Generation zu unterstreichen und der Kollege Gregor Hagedorn vom Naturkundemuseum hat gesagt, aber es müssen mehr als 100 sein, das sind zwar Lungenärzte. Und dann haben wir angefangen zu sammeln und wir hatten also innerhalb von einer Woche einfach über Mundpropaganda 700 und dann haben wir dann online gesammelt. In der zweiten Woche hatten wir 27.000 Leute, die das unterschrieben haben. Dann haben wir die Liste geschlossen, weil wir die alle geprüft haben. So, wenn wir das weiter hätten laufen lassen, wir wären über 100.000 gekommen. Das heißt also, die Frage ist also, gibt es einen Klimawandel oder nicht aus Sicht der Wissenschaft, die ist ganz klar geklärt. Das heißt, Sie finden vielleicht ein paar Lungenärzte in Deutschland, so auf dem Niveau. Wenn Sie sich Mühe geben, können Sie 100 Leute zusammenkratzen, die eine andere Meinung der Wissenschaft vertreten. Aber die überwiegende Mehrheit sagt ganz klar, es ist so, wie wir es hier heute geschildert haben. Und deswegen glaube ich schon, die Wissenschaft ist da, wir haben diese Öffentlichkeitswirke und wir haben ja vorhin die Frage gestellt, schaffen wir es bis 2040 klimaneutral zu sein? Genau, wir haben darüber geredet, es ist die Reise zum Mond, aber ich glaube momentan ist so viel Bewegung da und es sind auch so viele tolle Leute, die unterwegs sind, dass wir eine Riesenchance haben, es wirklich zu schaffen. Wir kennen die Technologie, wir können es in Deutschland leisten, wir haben mittlerweile ganz tolle Hunderttausende von Leuten auf der Straße, die es umsetzen wollen. Das heißt, die Frage, wenn wir das jetzt nicht hinkriegen, dann auf allen keinen Fall. Und ich glaube, die Chance ist sehr groß. Und dann treffen wir uns doch im Jahr 2040 nochmal hier. Dann gehen Sie bitte raus und wer noch nicht dabei ist, engagiert sich in der Bewegung. Und dann glaube ich, haben wir wirklich diese Chance. Und dann treffen wir uns hier und dann sagen, ja, 2040. Und wie war das hier 2019? Hier in dem Raum, hier an der Spree G001. Zehn Prozent haben geglaubt, wir schaffen es. Und dann haben wir alle die Ärmel hochgekrempelt und wir haben es hingekriegt. Und wenn Sie das machen, genau, spätestens dann wird ja auch die junge Generation ein bisschen älter sein. Genau, dann werden Sie die Held Ihrer Enkelkinder sein. Insofern, Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Applaus 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 Applaus